Alright, dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank, liebe Leute, für euer heutiges Dasein. Wunderschön, dass wir uns heute am Donnerstag, dem 19.01.2017, zum ersten Live-Event hier bei JFD wiederfinden. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute auch den Jay zu Gast habe. Dazu kommen wir gleich später nochmal. Wir haben einen kleinen Soundcheck schon durchgeführt. Alles wunderbar. Heute, wie gesagt, großes Thema Forex und da ist wirklich Jay auch der Richtige an meiner Seite. Ihr habt es ja gesehen, wo ihr euch schon angemeldet habt. Jay kommt aus dem Trading-Bereich, hat hier viele, um schon zu sagen Jahrzehnte, Trading-Erfahrungen und ist auch spezialisiert im und rund um den Forex-Markt und den Handel allgemein. Und da können wir heute ein Stück weit Insider-Skills erfahren, die es so eben nicht auf breiter Front gibt. Und da freue ich mich auf jeden Fall, den Jay heute zu Gast zu haben. Jay, sag doch mal kurz Hallo ins Auditorium nochmal. Ob das auch jetzt nochmal alles so rund ist? Jawohl, wunderbar. Jay ist gut zu hören. Wir werden nachher auch Jay seinen Bildschirm übertragen und werden uns, das wisst ihr, wenn ihr denn schon häufiger hier dabei gewesen seid, immer wieder die Bälle hin und her spielen und auch den Markt beleuchten. Heute natürlich elementar und das ist ja fast schon passend, mehr als passend. Wir haben heute das EZB oder den EZB-Event direkt mit auf unseren Live-Event gemünzt. Und das passt ganz gut, sodass wir hier die direkten Auswirkungen sozusagen nach dem EZB-Zinsentscheid hier dann sozusagen beurteilen können. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Insbesondere auch hier immer wichtig, Pressekonferenz. Ja, also ich meine, dass heute hier zinstechnisch was gedreht wird, das ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Wobei die EZB hier auch immer mal wieder überraschen könnte, aber in dem Fall ist es eher die Pressekonferenz, die 14.30 im Fokus steht. Und wir schalten uns ja, wenn ihr den Live-Event auch hier soweit verinnerlicht habt, 14.15 wieder ein. Das werden wir heute nochmal erklären, ob wir vielleicht zum Zinsevent selbst 13.45 schon online gehen oder aber 14.15. Ich würde fast meinen, 14.15 dürfte auch reichen, sodass wir dann die ersten Wellen mal abwarten, falls überhaupt was passiert. Und insbesondere die Fed-Pressekonferenz unter die Lupe nehmen. Das wird sicherlich spannend werden, aber auf jeden Fall heute, neben dem, dass wir uns dem EZB-Event ein Stück weit näher widmen werden, wollen wir natürlich sehen, wie Jay, beziehungsweise auch ich, wir werden hier die Einblicke mal so ein Stück weit geben, in den Markt eintauchen, jeden Morgen, jeden Tag aufs Neue und sozusagen schauen, was wir uns hier dann an Scheibchen-Pips rausschneiden können, sofern es denn möglich ist. Und da wollen wir dann praktisch heute die Rundumbeschau machen. Das war ja auch der Inhalt dessen und da freue ich mich, dass Sie heute alle so zahlreich erschienen sind. Wir starten mit der European Session 9 Uhr, sprich, da macht der Xetra-Handel auf. Die Londoner Session läuft jetzt schon, beziehungsweise das Vorfeld dessen und da wollen wir dann mal sehen, was dann auch im asiatischen Bereich passiert ist. Der Jay selber liefert ja hier auch Informationen in Sachen Video, YouTube-Einleitung, Morning Espresso heißt das Ganze. Da wird er uns heute direkt auch mal einen Live-Einblick geben, vermutlich. Da werden wir mal sehen, was da so um die Runde kommt, aber auf jeden Fall freue ich mich, dass Jay heute wie gesagt dabei ist und möchte an dieser Stelle dann auch gleich mal kurz überleiten zum Jay. Dahingehend vielleicht eine kurze Ansprache deinerseits, was dich sozusagen heute antreibt, hier dabei zu sein. Und dann können wir uns auch sozusagen dann gleich mal dem Markt widmen. Ich würde dann vielleicht direkt den Anfang machen und dann sozusagen dir, Jay, vielleicht dann direkt auch das Wort übergeben wollen, sodass du dann direkt einschneidest in das Thema Morning Espresso und das vielleicht uns hier so direkt mal darstellst. Guten Morgen erstmal an alle Trader. Guten Morgen Chris, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Können wir vielleicht kurz mal erzählen, wie wir beide uns eigentlich kennen. Wir kennen uns dahingehend, dass der Chris im Februar letzten Jahres an meinem Seminar teilgenommen hat und wir uns dann wieder gesehen haben, Chris, richtig? Wir haben uns also in diesem Online-Coaching, was ich mache, ausgetaucht. Ich habe gesehen, dass du halt ein Pro bist und auch bei einem Broker arbeitest und auf der Messe habe ich dich dann gesucht und gefunden auf der World of Trading. Wir haben uns abends noch zusammengesetzt und ich darf von mir aus sagen, dass ich dich einfach von Anfang an mochte, Chris, als Mensch. Vielen Dank. Diese Industrie ist ja voll mit Bullshit-Leuten und das ist das Schöne an unserem jetzigen Job ist, wenn du halt wirklich frei bist und unabhängig, dann brauchst du dir diesen ganzen, was ich immer Bullshit nenne, nicht geben. Ich entschuldige mich schon mal vorab, wenn ich so rede, wie ich rede und das ist eben auch das Tolle. Ich darf so sein, wie ich bin und das behalte ich mir auch bei und die Leute, die mit mir zusammenarbeiten und das Traden von mir erlernen, denen passt das auch. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich sagen möchte. Trading ist eine erlernbare Fähigkeit. Sie ist allerdings nicht, meiner Erfahrung nach, erlernbar, indem du autodidaktisch 10 Jahre lang rummachst und sie beruht auf einem riesengroßen Teil auf dem Pfeiler Psychologie. Also es gibt einen Pfeiler, das ist die Methode, da werden wir heute einige sehen. Du hast deine, ich habe meine. Jeder Trader hat welche. Wir haben 20% ungefähr, es ist Risikomanagement, das halte ich immer extrem simpel. 1% von deinem Risk Capital, nicht mehr, manchmal aber gerne weniger. Und 70% ist Psychologie. Und was viele Leute nicht realisieren ist, du hast Handelskapital und du hast aber auch, das kannst du dir vielleicht abstraktbildlich vorstellen, psychologisches Kapital. Und dieses psychologische Kapital setzt du parallel ein, wenn du Positionen im Markt fährst. Und wenn du Verlierer hast oder Gewinner, macht das etwas mit dir, psychologisch. Und dieses gilt es eben auch zu trainieren und darüber aufmerksam zu werden. So, wir lernen bei einer Bank eine Mischung aus fundamentaler Analyse und erst am Ende, ganz am Ende eine technische Analyse. Und ich darf es auch schon mal direkt verraten, es gibt keine Indikatoren, die wir nutzen, es gibt kein Programm, was stets Geld macht. Das gibt es alles nicht. Bei der Bank unterscheidest du grundsätzlich zwischen den sogenannten Market Makern. Das sind die Marktmacher, die dir über Geld und Briefkurse, die sie stellen müssen, Liquidität bereitstellen. Dir als Kunde in dem Sinne. Und es gab früher, nach der Finanzkrise abgeschafft, die sogenannten Prop Trader. Prop steht für Proprietary, also auf Deutsch der sogenannte Eigenhandel. Und das ist eigentlich das, die Königsklasse des Tradings, wenn die Bank dir 3 Milliarden gibt und du aus dem 3 Milliarden mehr machst. Das ist dahergehend die Königsklasse, weil es am allermeisten Spaß macht. Du überall auf der Welt die Positionen und Opportunitäten, die sich ergeben, handeln durftest. Du warst also nicht fixiert auf deinen Bereich, den du als Market Maker machen musstest. Und genau das ist es, was ich eben auch ausbilde mit meinen Tradern zusammen, was sie entweder nebenberuflich machen, über das sogenannte Swing Trading oder auch aktives Investieren. Oder einige gehen den Schritt dann eben in den aktiven Handel, Day Trading. Und auch dann hast du halt eine andere Lebensqualität und ein anderes Leben. Was ich toll finde, ist heutzutage die Technologie, die wir haben. Wir haben diese Webinare, Chris. Wir haben, ich kann das nachher mal zeigen, in der Bank haben wir also Reuters als auch Bloomberg. Heute gibt es Reuters für Leute wie uns von zu Hause aus mit institutionellen Qualitäten. Also wir haben denselben Zugang zu News. Wir sehen natürlich nicht im Forex-Markt die Orderbücher. Das liegt daran, dass Forex ein Interbankenmarkt ist. Das sind also die großen Banken, ich nenne sie immer Big Boys oder Smart Money. Diese Orderbücher, wo also die Stops liegen, wir nennen Stops Liquidität, die gilt es zu hüten wie ein Schatz. Denn wenn du bei einer großen internationalen Bank arbeitest, ich sage jetzt als Beispiel nur, City ist einer der größten, da sind sie ja meine Kameraden, du zeigst sie gerade sehr schön. Ich kann mal ganz kurz sagen, wo ich schon überall war. Nomura habe ich gearbeitet, Lehman habe ich gearbeitet. Wen hast du noch hier drauf? Okay, ich war bei SockGen, das ist die zweitgrößte, BNP ist die größte. Deutsche habe ich letzte Woche in London gesehen, die Trader. Das ist mein Netzwerk und auch Deins, Chris. Und das sind die Liquiditätsprovider. Und was wir heute sehen werden, ist, dass wir die Spuren, die die Jungs im Markt hinterlassen, die größten davon, können wir lesen. Es gilt also darum, mit denen zu handeln und nicht gegen die zu handeln. Und was mir wichtig ist heute für deine Interessenten und Trader, Chris, ist einfach mal zu zeigen, dass wenn es nur ein System gäbe, gleitende Schnitte, Long oder Short gehen, wenn es so einfach wäre, dann sage ich immer lapidar, kommt der Pizzabote meine Pizza nicht mehr bringen und es blickt mir auch keiner die Post, weil jeder zu Hause Daytrading betreiben würde. So leicht ist es nicht. Es ist aber auch nicht so kompliziert. Es ist ein längerfristiges Ausbilden einer Fertigkeit. Ich weiß nicht, wie lange jemand braucht, um eine neue Sprache zu lernen, aber ungefähr so, oder lesen und schreiben zu lernen, ungefähr so kannst du es dir vorstellen. Wenn du es einmal begriffen hast, wie du die Märkte zu lesen hast und wenn du ein Interesse daran hast, an den Fundamentaldaten das auch zu verstehen und umzusetzen und du dann Nummer 1 Fundamentaldaten eine Richtung herausarbeitest, Nummer 2 dann siehst, wo die großen Big Boys, wo sie Long oder Short sind und du dann noch ein Verständnis hast für das jeweilige Marktsentiment, was zu der Session, wo du handelst oder in der Woche, wo du unterwegs bist, welche Themen der Markt gerade spielt, dann hast du eine sehr erhöhte Wahrscheinlichkeit, Geld zu verdienen. Das ist der interessante Punkt. Und Trading bedeutet immer nur Wahrscheinlichkeiten spielen. Es gibt keine Absolutismen. Und genau hier ist es, wo ich in meinem Angebot eben sage, ich bilde die Trader ein Jahr lang aus, wir haben ein Jahr lang Zugang zu mir und die Wahrheit ist, wenn ich so bin, wie ich bin, ist mir völlig egal, wenn das Jahr vorbei ist. Natürlich reden wir weiter. Also auf das Seminar, was ich jetzt Ende Januar gebe, da kommen auch zwei, vielleicht kommt noch ein dritter Ehemaliger von dem ersten Kurs, wo du dabei warst, Chris. Und die haben für immer das Recht, zu Selbstkostenpreis zu kommen. Ich habe die Firma ja erst offiziell letztes Quartal gegründet und mir geht es eigentlich nur darum, Trading kann extremst einsam sein. Geh doch mal auf Blog hier, Chris, wo du es eh gerade zeigst. Ja, mein Hochspos Blog. Und ich liebe einfach Menschen wie Chris kennenzulernen. Meine Kunden-Trader, die Jungs, die weiter und Mädels, die weiter gemacht haben, sind mittlerweile Freunde. Und hier seht ihr meinen Blog und da versuche ich, Value zu geben. Value heißt Wertigkeit. Also wenn ich einmal hinsetzen würde und jeden einzelnen Beitrag anschauen würde, den ich bisher gemacht habe, dann wüsstest du schon unheimlich viel. Ich kann dir meine ganze Trading-Methode in kürzester Zeit sagen. Die Frage ist, wirst du sie erfolgreich umsetzen können, ja oder nein? Und ich wette darauf, nein. Warum? Weil wir dein Gehirn erstmal umprogrammieren müssen. Der heilige Gral im Trading ist, dein Gehirn dahin zu bekommen, dass es mit dem absoluten Zufall zuverlässig umgehen kann. Dass du dir selber vertrauen kannst, dass egal was passiert im Markt und der Markt agiert am Ende zufällig, egal was für Spuren wir lesen, es kann immer noch einen institutionellen Käufer oder Verkäufer geben, der größer ist. Am Ende des Tages ist es so, dass ein Professional bei einer Bank ein Hit-Ratio hat, also ein Gewinner zu Verlierer von 60%. Und wenn du dir das vorstellst, dann bedeutet das, dass du sechs von zehn Trades verlierst. Entschuldigung, gewinnst. Vier verlierst. Aber selbst wenn wir 50-50 sagen, das ist ein Job, in dem du, in der Psychologie nennen wir das Resilienz, du musst psychologische Resilienz haben. Du musst standhaft sein, du musst weiter deinen Prozess einhalten und diese kontinuierliche Einhaltung deines Prozesses führt dann am Ende des Jahres, und es wird immer am Ende des Jahres abgerechnet, zu deinem langfristigen Erfolg. Volker hat bei mir letztes Jahr gelernt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, Chris, bei uns in der Gruppe, da sagt er letztens, also 10% in der Woche, das fände er schon gut. Das ist insane, 10% die Woche, das ist unseriös. Macht er aber. Klaus hat, wann war das diese Woche, als die Mail gesprochen hat, am Dienstag 2,5% gemacht. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir auf dem Girokonto 0% bekommen, und meine Intention war, die Firma dahingehend zu gründen, es gibt niemanden wie mich, der von der Bank kommt und der jemanden erklärt, wie der institutionelle Prozess tatsächlich abläuft. Und wenn du nicht das Wirtschaftsstudium einer Top-Universität hast und dann auch noch das Glück hast, über die Auswahlprozesse in einer der großen Banken zu landen, dann wirst du an dieses Wissen nicht rankommen. Außer wenn Typen wie ich Bücher schreiben oder Kurse geben, und das bin, soweit ich weiß, der Einzige und der Erste. Interessant fand ich, wenn du ein Seminar verkaufst oder ein Indikator, wo erzählt wird, für 97 Euro kriegst du garantiert 4.000 Euro im Monat netto dazu, du musst nur diesen Indikator kaufen, dann reißen dir die Leute das aus der Hand. Wenn du allerdings die Wahrheit sagst, Trading ist ein Beruf, den du erlernen kannst, ich hatte im ersten Kurs einen Arzt, den habe ich gefragt, der hat 10 Jahre gebraucht, bis er Arzt war, ich hatte einen Automechaniker, ich habe ihn gefragt, wie lange war seine Ausbildung, wie war 3 Jahre. Jeder Beruf dauert seine Zeit, aber beim Trading, nur weil diese MT4-Plattform zum Beispiel innerhalb von 5 Minuten runterladbar ist und du sofort loslegen kannst, mit deiner Kreditkarte noch Geld überweist und du bist von 8 Minuten online und kannst loslegen, wenn du das möchtest, dann geh doch lieber bitte hier in Bad Homburg ins Casino, dann weißt du wenigstens vorher, dass du mit höherer Wahrscheinlichkeit verlierst. Wir können übrigens auf die Wahrscheinlichkeiten eingehen und warum du im Casino ständig verlierst. Dann habe ich Leute, die fragen mich über binäre Optionen. Ich muss sagen, die binäre Optionenbroker machen ein hervorragendes Marketing, es ist aber genau wie im Casino langfristig nicht gewinnbar. Was du aber gewinnen kannst, ist in den Kapitalmärkten Geld zu machen, wenn du verstehst, was da passiert. Und jede Story, der Markt spielt immer eine Story und jede Story kannst du im Markt weiterverfolgen. Tag für Tag, Tag ein, Tag aus. Und wenn du dieser Story folgst und was die Großen machen, dann kannst du eben auch Geld verdienen und das zeige ich, indem ich im Morning Expresso morgens einen Trade zeige und völlig transparent am nächsten Tag darauf kurz eingehe und wir dann sehen, okay, der Trade hätte funktioniert, er hätte nicht funktioniert. Diese Transparenz ist das, was mir wichtig ist. Es gibt zig Leute, die erzählen irgendein Bullshit da draußen, wie sie Geld machen oder nicht Geld machen, aber sie machen es nicht transparent. Ich sage dir morgens, worauf wir in einem Morning Meeting bei einer Bank gucken würden und dann ist logisch, ich sage dir nicht 100% im Morning Expresso, wo, ich sage dir die Area, wo wir reingehen und ich sage immer Price Action und Volumensignal, aber diese letztendliche Entry-Technik, die ganze Feinabstimmung, die Berechnung von Positionsgrößen etc. pp., die würde das Morning Expresso zu lang machen. Und somit sage ich nur, hier ist der Trade. Wir können es ja zum Beispiel jetzt mal machen, aber ich wollte, weil ich jetzt bestimmt 10 Minuten geredet habe, erst nochmal das Wort an dich zurückgeben, Chris. Nicht, dass ich hier 3,5 Stunden am Stück rede und die Leute dann einschlafen. Um Gottes Willen, Jay, um Gottes Willen. Nein, das war, pass auf, ich denke, also wie gesagt, ich lese auch gerade 1-2 Fragen. Übrigens, Klaus ist zugegen, Jay. Klaus ist zugegen. Hey, Klaus, grüß dich, mein Lieber, Klaus. Ich hatte direkt sein Statement hier reingehauen. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass auch Klaus da ist. Vielleicht auch... Leider nicht, ach schade. Grüß an die Jungs, die meine Trader sind. Lieber du bist, Klaus, dass du da bist. Und dich, Chris. Danke, danke. Also wir wollen natürlich gleich mal durchstarten, Jay. Und wie gesagt, ich denke, allein schon hier hat es jetzt erstmal schon mal viele Informationen gegeben, wo der ein oder andere erstmal schlucken musste und erstmal zuhören musste. Aber genau das ist ja der Kontext, worauf es ankommt. Und wie gesagt, du sagtest ja, wir haben uns indirekt kennengelernt, weil ich mich natürlich auch immer umsehe nach interessanten Skills und Leuten. Und ich bin in der Branche auch schon lange aktiv, aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass es wenig gibt, was mich interessiert. Aber als ich dann die Geschichte, sozusagen das Statement vom Seminar, vom Jay gelesen habe, da dachte ich mir, hey, das sind interessante Skills, das ist ein interessanter Werdegang. Ich glaube, auch wenn ich mich mit der Materie schon lange beschäftige, da gibt es bestimmt was Interessantes zu erfahren. Und neben dem Menschen, Jay selbst, gab es da auch wirklich reichhaltige Informationen, die ich praktisch dann aus der Ferne leider nur genießen konnte, weil ich selbst live nicht vor Ort war. Aber die Lösung ist ja gefunden worden. Insofern haben wir uns dann letztlich doch auf der WOT getroffen. World of Trading letztes Jahr waren wir als JFT Brokers ja auch das erste Mal dort. Und das muss man ja auch sagen, wir haben in den letzten fünf Jahren ein rein organisches Wachstum hingelegt. Marketing-technisch so gut wie unter dem Radar geflogen und wirklich nicht viel gemacht, aber trotzdem organisch eben genau die Leute angezogen, gehen ein Stück weit hinter die Kulisse, schauen. Und das ist das, was Jay ja vorhin auch sagte. Wir folgen den Großen, wir handeln mit den Großen. Die Frage ist nur, handelt man wirklich mit den Großen? Und JFT Broker tut genau das. Ihr seht es hier, unseren Liquiditätspool. Plus noch diverse Hedgefonds, wie Citadel zum Beispiel, die auch Liquidität im Forex-Markt stellen. Ich meine, milliardenschwere Hedgefonds beteiligen sich hier nicht minder am Liquiditätspool, am Interbankmarkt und versuchen da auch einzugreifen. Aber ihr seht es im Prinzip, die Tier 1-Banken und Co., die hier sozusagen das Pricing stellen. Und die Frage ist eben, und das will ich euch einfach nochmal vorab mitgeben auch, führt euer Broker euch auch fair aus? Okay, das ist die große Frage. Und da gibt es eigentlich nur eins. Fragt euren Broker mal nach. Und wenn er euch keinen Post-Trade-Execution-Report darbieten kann, sprich, wo wurde die ausgeführt, wie wurde die ausgeführt, dann muss man sich durchaus die Frage stellen, ob der Broker fair handelt oder sogar gegen euch ins eigene Buch handelt. Und das ist eine berechtigte Frage, die man sich immer stellen muss. Deswegen ein bisschen Eigenwerbung sei erlaubt. Schaut euch den Artikel mal rein. Ich habe es direkt, oder besser gesagt, die Landingpage mit dem Artikel. Und dann geht es mal ein bisschen auf die kleinen Feinheiten ein, die dann meistens aber auch jeder Trader sich erst stellt, nachdem er viele, viele Erfahrungen gesammelt hat und irgendwann sich eben auch die Frage stellt, wo und wie werde ich überhaupt ausgeführt? Und viele Broker sagen, sie sind 100% DMA, ECN und dergleichen, aber sie sind es nicht. Wenn man den Trade nachverfolgt, merkt man oder nachverfolgen würde, merkt man, dass die Trades häufig auch im eigenen Buch landen. Sprich, der Broker handelt häufig gegen einen selbst. Und das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Und das ist auch sozusagen eine Art Intransparenz und auch eine Art Moral, die wir sozusagen bei JFD nicht folgen oder der wir nicht folgen. Insofern ist Just Fair Direct genau das Programm. Und ich freue mich da hier mit Lars Gottwig als CEO, der früher übrigens auch selber Trader war und praktisch aus der Trading-Branche in die Broker-Industrie gewechselt ist, um eben genau etwas anders zu machen als andere Broker. Und das hat uns dahin geführt, wo wir heute sind und auch natürlich dahin geführt, dass wir einen Gast wie Jay haben, der aus dem Bankbereich kommt und den ich hier sozusagen da auch noch von dem einen oder anderen zypriotischen Broker überzeugen muss oder sage ich mal überzeugen darf vielmehr. Denn heutzutage, wie gesagt, die Welt ist global. Die Firmen sind global. Und da muss man natürlich trotzdem immer sehen, wenn die Firmen in irgendwelchen Ländern positioniert sind. Warum sind sie da? Und ist das Geld denn trotzdem gesichert und sind da trotzdem die ganzen Rahmenbedingungen so, dass auch ein Deutscher oder ein Engländer oder auch ein Franzose hier gut handeln kann? Und ja, die sind es bei JFD. Es gab da immer wieder viele Diskussionen. Was ich auch sagen darf, wir sind noch mit keiner Klage belastet. Und da muss man auch schauen, wie viele Broker haben schon diverse Handelsklagen in Sachen von Kunden Matching, in Sachen von Kunden Handel oder auch von Gegenpositionen oder auch von Bonuszahlungen, die übrigens jetzt auch mittlerweile immer mehr ausgedüngt werden. Sprich, sie zahlen 1000 Euro ein und kriegen vom Broker nochmal 1000 Euro Bonus drauf. Solche Aktionen sind alle mehr oder weniger eine riesen Marketing Show, weil ihr könnt es euch natürlich vorstellen, dass genau die Bonus 1000 Euro sicherlich wieder 10-fach verdient werden von einem Broker, sonst würde er das auch nicht machen. Also die Statistik sagt, von den großen Brokern, dass ein Kunde, der einzahlt, im Schnitt 10.000 Euro wert ist. Genau. Das ist vor allen Dingen bei den Brokern so, die eben binäre Optionen anbieten. Exakt. Ich hatte im Seminar zwei Teilnehmer, die tatsächlich an einem dieser Broker gelandet ist. Die haben sehr gute Sales-Leute, die am Telefon diese Menschen angerufen haben. Absolut. Und sie gequatscht haben, sehr hohe Beträge einzuzahlen, um quasi einen Private Banker an die Seite gestellt zu bekommen, der ihnen dann die Trades sagt, die sie einnehmen müssen. Naiv haben diese Menschen das getan und die Kohle ist weg. Und wir reden von substanziellem Geld. Absolut. Beträge über 25.000 Euro. Und das ist, mich wundert bei den gesamten Bankregulierungen, dass dieser Bereich, also genau dieser, wir nennen das in der Bank Retail-Bereich, Herr Müller, Frau Schmidt, du, ich, wenn wir von zu Hause aus traden, wir sind der Retail-Kunde, dass der nicht sauberer reguliert ist. Absolut. Eben, weil ich die Psychologie erkenne. Die Menschen möchten gerne für nichts tun, eine Veränderung in ihrem Leben haben. Das sehen wir ja auch jetzt auch im Januar. Die ersten zwei Januar-Wochen, mein Fitnessstudio ist voll ohne Ende. Ich gehe quasi fast jeden Tag trainieren. Und das wird sich jetzt wieder ausdünnen. Die haben jetzt alle ein, zwei Jahre den Vertrag unterschrieben, gehen dreimal hin, gute Vorsätze und das war's. Denn etwas zu tun, sich zu verändern, Chris, das bedeutet immer Arbeit reinstecken. Und wir haben ja eben gesagt, der Klaus ist hier. Der Klaus hat im Februar meine Lernschritte bekommen, fünf Stück, und hat die Eisenhardt sechs Monate lang durchgezogen. Ohne nach rechts zu gucken, ohne nach links zu gucken. Ich habe die Jungs diese Woche noch gelobt. Klaus und Volker haben sich in unserer Gruppe über verschiedene Währungspaare unterhalten. Ich bin zutiefst stolz auf die. Sie reden jetzt wie Trader. Sie haben ein Verständnis. Wenn Sie kanadischer Dollar handeln, dann wissen Sie, dass gestern Nachmittag die Zinsentscheidung war. Sie haben immer ein Auge auf Öl, weil Sie wissen, das ist der höchste Exportprodukt, höchster Anteil am Bruttosozialprodukt. Sie wissen, die hohe Korrelation besteht. Sie wissen, der größte Exportmarkt für Kanada ist die USA. Sie haben also auch ein Auge auf die Entwicklung der US-Volkswirtschaft, als auch die Zinsschritte, die die FED erwartet. Das sind alles Dinge, die passieren nicht, wenn du für 97, 95 einen Indikator kaufst und der zeigt dir grün Pfeil jetzt kaufen und rot jetzt verkaufen. Den könntest du sowieso nicht umsetzen psychologisch, weil du überhaupt kein Verständnis hast, wie der Algorithmus zu seinen Kauf- und Verkaufssignalen kommt. Aber die Marketing-Show, die abgezogen wird oder der Text, der geschrieben wird, ist so psychologisch geschrieben, dass er dich triggert. Du fängst an zu träumen und das ist psychologisch sehr interessant, Chris, ich habe das in einem der Vorträge mal abgehandelt. Wir können süchtig danach werden, nach der uns vorgestellten Zukunft. Denn was wir uns in der Zukunft vorstellen, hat physiologisch und chemisch in unserem Körper jetzt, in mir und jetzt eine Reaktion. Und das bedeutet auch, dass Leute irgendwie Unsummen ausgeben für ein Training oder ein Coaching oder irgendwas, weil sie sich in dem Moment gut fühlen. In dem Moment sagen sie, wow, super, ich werde in Zukunft hier Millionen haben, Porsche fahren, was weiß ich, was auch immer das Marketing diesen Menschen-Gehirn eingepflanzt hat, was angeblich wertvoll ist oder was erstrebenswert ist zu besitzen. Die Realität ist dann eine andere. Du musst ebenso wie zum Beispiel der Klaus oder du hast es dir über Jahre angeeignet oder ich, ich mache es seit 21 Jahren, du musst Arbeit reinstecken für diese Veränderung. Aber bis du willst, ein halbes Jahr oder ein Jahr an dir zu arbeiten, um eine neue Fertigkeit zu erlernen, die danach dir eine neue finanzielle Zukunft darstellen kann, übrigens nicht jeder ist zum Trader geboren und nicht jeder zieht das auch durch, sich das anzueignen. Das ist nun mal Fakt. Aber dann sage ich diesen Menschen eben, hey, okay, du hast einmal jetzt von Anfang an gezeigt bekommen, was es bedarf, um das zu werden. Wenn du für dich entscheidest, das ist nichts für dich, dann hast du dir viele Jahre und sehr, sehr viele Tausende von Euros gespart, um dich eben nicht von irgendeinem binären Optionsbroker verarschen zu lassen, sorry, dass ich das so offen sage, oder dein Geld verbrennst, denn die Linie, und du weißt, es kriegst zwischen Gambling, Gambling, also Zocken und Trading, die kann immer sehr schnell verschwinden und das Erste, was du bei einer Bank lernst, ist, du bist kein Trader, sondern du bist ein Risikomanager von dem Kapital, was dir gegeben wurde. Du bist verantwortlich dafür, dein Risiko zu managen und zu Risikomanagement gehört eben auch, dich selber und dein Verhalten zu managen. Und deshalb ist das ein hochprofessioneller Beruf, hochgradig professionell und er muss auch in aller Ernsthaftigkeit ausgeführt werden. Du kannst also nicht zwischen Tür und Angel mal eben einen Trade einsetzen, denn wenn du anfängst, dir diese Synapsen im Gehirn auszubilden, dann bildest du dir selber undiszipliniertes Trading an. Und mit jedem Mal, wenn du einen Tradingfehler begießt, verstärkst du diese Synapse in deinem Gehirn. Deshalb ist es auch so wichtig, mit dem Demokonto dir nicht Techniken anzueignen, wie nachzumischen, verdoppeln, nochmal verdoppeln, nochmal verdoppeln, nochmal, du bist nicht in Bad Homburg im Casino, du spielst gegen Typen wie mich und die Typen, die meine Ex-Kollegen sind. Das sind Leute, die sind von MIT, IIT, die besten Universitäten der Welt, sind Informatiker, Mathematiker, Physiker, wir haben jahrelange Wirtschaftsstudien hinter uns, wir verstehen, was die Märkte machen und das soll nicht heißen, dass es so hochgradig kompliziert sein muss. Nein, ich bin der Erste, der immer sagt, in unserer Industrie drücken wir die Dinge immer so kompliziert wie möglich aus, damit keiner versteht, dass wir komplett überbezahlt sind. Da sage ich sarkastisch und weil ich halt gerne Witze mache, aber da ist auch etwas dran. wenn du es einmal verstanden hast, was in der Zinskurve ein Bull Steepening ist versus ein Bear Steepening, warum Zinsen und Inflation die wichtigsten Treiber für globale Kapitalströme sind, wenn du verstehst, dass das globale Kapital tatsächlich ohne Grenzen fließt, dann fängst du an, ein Bild in deinem Kopf zusammenzusetzen, wie die Welt wirklich funktioniert und dann brauchst du diesen ganzen Schwachsinn, der in der Presse geschrieben wird, auch nicht mehr lesen beziehungsweise belächelst das, weil Bullshit Talks und Money Walks, das was das Geld der Welt macht, das passiert auch. Das ist das Einzige, was passiert. Das ist auch die einzige Realität und du brauchst dir keine Prognosen anzuhören, sondern du schaust einfach, was machen die Märkte. Ach übrigens, vielleicht sollten wir das langsam mal anfangen, bevor ich jetzt wieder hier zu philosophisch werde und uns die Märkte mal anschaue. Nein, nein. Aber du siehst, ich komme manchmal von Stöckchen auf Steinchen, aber alles, was ich eigentlich sage, hat Hand und Fuß. Es ist also nichts dabei, was jetzt irgendwie nicht, ja, ich will jetzt sagen, sinnvoll ist oder so. Ausgegaukelt oder was. Nee, das, ich glaube, ich glaube, die Leute merken auch schon genau das, also wie gesagt, wenn du dich einmal da in Rage redest, will ich fast sagen, hat das natürlich den berechtigten Anspruch auch genau so zu sein. Deswegen sind die Leute ja auch hier und ich habe ja nicht ohne Grund versprochen, dass du uns hier ein Stück weit Insider Skills sozusagen vermitteln willst und das ist ja auch genau das, worauf die Leute auch hier Wert legen, weil ich denke mir, klar können wir jetzt hier viele Trading-Setups schüren und können hier die tollsten 1 und 5 Minuten Chart-Trades machen, aber ich glaube, wenn man noch ein Stück weit das noch vermittelt, worauf es im Ganzen ankommt, das ist sicherlich viel, viel wert. Und Jay, ich würde sagen, guck kurz auf den Markt definitiv. Wie gesagt, wir haben heute die EZB noch im Vorfeld. Ich gehe kurz auf zwei, drei Fragen im Chat vielleicht ein und dann würde ich dann auch direkt nochmal wieder das Wort zu dir geben, weil ja, der European-Markt hat schon eröffnet, Euro-US-Dollar gerade ein neues Tageshoch gemacht und insofern müssen wir mal schauen, wie die Party hier weitergeht. Wir sehen Pfund-Dollar, Klaus ist wahrscheinlich schon am Trigger, wie ich ihn kenne, aber das ist dann auch ein guter Chart, den wir uns nachher mal anschauen können, denn dann lesen wir den mal zusammen. Genau, dann gehen wir mal kurz drüber, wie du magst. Ich sage noch ein paar, drei, vier Worte. Vielleicht willst du jetzt die fünf Minuten kurz nutzen, dann noch nebenbei um einen Kaffee zu holen. Ja, das mache ich. Danke dir. Bis gleich. Dann gib Bescheid, wenn du wieder da bist. Ja, darf ich. Jetzt muss er wohl wieder vom Westflügel in den Ostflügel laufen, also es kann eine Weile dauern, insofern vielleicht zehn Minuten. Aber ich gehe jetzt gerade nochmal auf die Frage von, jetzt muss ich kurz den Chat durchleuchten, von Franz ein. Die sechs Pair-Währungspaare, die du wahrscheinlich hier gesehen hast, das sind im Prinzip einfach die, die wir hier sozusagen als auch meistgehandelste Per-Pars, Per-Pars, Währungspaare ansehen. Hier die Majors grundsätzlich vertreten, inklusive Euro-Britisch-Fund, weil es ja kein Major-Paar ist, weil hier der US-Dollar fehlt. Dennoch, hier seht ihr im Prinzip unsere Core-Spreads und eben hier diese Währungspaare, die sozusagen hier mit dem Live-Spreads versehen sind, weil diese generell unter einem Pip hier gehandelt werden. Und da auch nochmal die Interaction an euch. schaut mal, wie ihr in Sachen Pricing sozusagen dargestellt seid, wenn ihr praktisch Währung handelt. Sprich, schaut mal auf den Spread. Hier seht ihr den durchschnittlichen Spread während des Zeitraums 9. bis 13. Januar. Aktualisieren wir jede Woche und hier den aktuellen Spread. Und ja, es gibt viele Broker, die hier einen Spread von 1,5 oder 2 Pips noch beim Euro-S-Dollar ansägen. Und da muss man sagen, das hat nichts mit dem Interbankenspread zu tun, also mit dem realen Spread, den wir hier bei JFD durchruten. Insofern prüft euch selbst, prüft euren Broker und checkt einfach mal, welche Spreads ihr bekommt. Generell könnt ihr eine Spread-Übersicht auch bei uns auf der Startseite von anderen Währungspaaren, auch den Crossrates, euch anschauen. Da haben wir hier oben praktisch auch nochmal so eine Live-Spread-Übersicht, die hier sich sekündlich aktualisiert. Und hier seht ihr noch ein paar mehr Währungspaare inklusive, und das ist mir sehr wichtig zu erwähnen, auch XAU-US-Dollar. Das ist der Goldpreis und zwar am Spot in der Bankenmarkt und nicht irgendein Derivat oder irgendein hauseigenes CFD-Produkt. Genauso wie XAC, also der Silberpreis, werdet ihr hier am Interbankenmarkt ausgeführt und da seht ihr auch entsprechend hier die Spreads, die Live-Spreads. Also wie gesagt, auf jeden Fall einen Blick wert, solltet ihr definitiv mal machen, um auch für die Teilnehmer jetzt mal zu sprechen, die noch nicht bei JFD sind. Da gibt es eigentlich nicht viele Varianten und insofern prüft einfach mal, wohin die Reise gehen soll. Die Frage von Franz betraf aber die sechs Währungspaare. Nein, die habe ich nicht nur im Fokus, ich habe vielmehr die 28 im Fokus, die auch bei Jay im Seminar ein großes Thema waren, denn wir haben hier praktisch global sozusagen die Welt gecrossed, inklusive dessen, welche Währungsräume hier die große Rolle spielen. Ich meine, gut, der chinesische Yuan oder Ren Nimi wird sicherlich hier früher oder später auch nochmal eine Rolle spielen dürfen, da werden wir dann nochmal Jay dazu befragen. Grundsätzlich aber hier die Währungspaare, die von Interesse sind, um vielleicht vorab auch direkt schon mal vorzuschicken, sagen, dass wenn man sich diese 28 Währungspaare, die sozusagen die Welt abbilden mit dem Währungsgefüge, ohne China wohl bemerkt, ohne Indien, hier aber definitiv sozusagen die Mandoline am Kapitalmarkt spielen und das sind die, die man in den Fokus nehmen kann. Wem das zu viel ist, der sollte sich zu Anfang, gerade wenn man Einsteiger ist im Forex-Bereich, hier, Moment, ich gehe auf die Heatmap, hier im Grunde genommen den Top 15 widmen beziehungsweise Top 10 oder Schrägstrich dann auch hier speziell den Major Pairs, das sind die Währungspaare, die hier in US-Dollar gehandelt werden, all die anfangen ganz voran der Euro-US-Dollar, das meistgehandelste Währungspaar, schlechthin im Bereich zwischen 28 bis 30 Prozent des täglichen Handelsvolumens und das auch deswegen das Währungspaar, was den geringsten Spread zwischen Bid und Ask an und Verkaufsspanne praktisch hat, das ist jetzt auch hier, wie gesagt, in der Übersicht, dass der Euro-US-Dollar hier mit einem durchschnittlichen Spread von 0,22 oder jetzt haben wir hier gerade 0,5 sozusagen daherkommt und dann hier letztlich aufgrund des hohen Handelsvolumens auch den geringsten Spread aufweist und das ist natürlich genau die Geschichte, worum es sich hier dreht, sozusagen, dass wir einfach dann auch neben dem, dass es viele Setups gibt, natürlich man auch wissen muss, was man handeln will und der Forexmarkt gibt da viele, viele Möglichkeiten, ihr könntet theoretisch auch mexikanischer P-Ressorts gegen türkische Lira zum Beispiel traden, macht aber keinen Sinn, weil das Handelsvolumen sehr, sehr gering ist und zumal der Spread mega ausgeufert und dann spricht man auch von Exotic Variable Pairs und deswegen hier der Hinweis, schaut euch die Major Pairs an und schaut euch hier im Groben gesprochen die Top 28 der Welt an und dann könnt ihr praktisch sozusagen hier tägliche Setups finden, wie unter anderem auch von Jay von Ihnen schon angesprochen, von seinen Lehrlingen, von seinen Schülern, die mittlerweile da wirklich einen richtigen, enormen Schub gemacht haben. Ich kenne jetzt die Kameraden leider nicht persönlich, das wird sich früher oder später sicherlich ändern, aber dass man da praktisch wirklich so einen Schub gemacht hat in der Entwicklung in der Kürze der Zeit, wo viele sicherlich Jahre für brauchen, aber die Kameraden suchen wie gesagt hier diesen Währungsmarkt mit diesen Paaren durch und finden dann entsprechende Setups, die hier der Jay sozusagen dann immer mit seinen Skills filtert. Und wie gesagt, Methoden gibt es viele, der eine oder andere wird wissen, dass ich das Rainbow Trading mag, ich mag aber auch Momentum Trading und die Fuzi Vector Logik, wird sich jetzt alles vielleicht für den einen oder anderen wie ein böhmisches Dorf an, werden wir heute ein Stück weit aufklären, aber das sind im Prinzip die Dinge, mit denen wir uns täglich beschäftigen, mit den Währungspaaren und eben auch mit den Setups, die man betrachten sollte, betrachten darf und das ist immer wieder eine wiederkehrende Spirale und eben das, was man auch erlernen muss und erlernen kann und ich hatte es auch in den letzten Live-Webinaren schon gesagt, Trading ist ein hartes Geschäft und es ist auch wie eine Ausbildung. Jay und ich, wir sprechen da im Prinzip eine Sprache, am besten ist, dass man bekommt einen Mentor, man hat eine Junior- und Senior-Schulung bei einer Bank oder bei einem Hedgefonds, dass man sozusagen auf die Schiene gesetzt wird und anfängt loszufahren. Viele wollen aber eigentlich nur den Kick abholen und das schnelle Geld verdienen und das möglichst einfach und dann kommen eben auch Broker daher, die hier so binäre Optionen und Spielcasino-Methoden anbieten, um genau die Leute abzuholen. Das hat aber natürlich mit langfristig profitablem Trading wenig zu tun. Das ist tatsächlich mehr oder weniger den Kick im Casino abholen, das schnelle Geld machen wollen, 100% im Monat. Keine Frage, an den Märkten ist alles möglich. Mit Hebel und eben auch dem richtigen Riecher kann man hier wirklich innerhalb kurzer Zeit viel, viel Geld verlieren. Aber es geht im Prinzip hier auch um die Duplizierbarkeit der Methodik, um den konsequenten Ansatz des Handelns und das A und O ist im Prinzip Risk-and-Money-Management, denn euer Kapital ist die Liquidität für den Markt, euer Treibstoff für die Börse und das gilt es eben zu beschützen und zu bewachen und hier nicht auf schwarz und rot zu setzen und dann all in zu gehen, um es mal mit der Pokersprache zu sagen. Also hier alles Haus und Hof auf eine Bewegung zu setzen, das kann mal gut gehen, wird langfristig letztlich im Konto-Crash enden. Und deswegen hier ganz wichtig, dass ihr euch immer wieder die Skills vornehmt, die es zu lernen gibt und wie gesagt, solche Live-Webinare, solche Live-Events wie eben heute hier auch das jetzige mit JFD, ist eben genauso eine Art auch der Wissensvermittlung, die wir auch hier sozusagen nach vorne treiben wollen und neben dem, dass wir gleich mal auf den Markt live schauen wollen, hier nochmal, wie gesagt, die Lanze gebrochen. JFD, hier seht ihr auch den CEO Lars Gottwig, der früher auch als Rainbow Trader bei Godmore Trader einen eigenen Service hatte und er stellte fest, dass seine Kunden unterschiedliche Ergebnisse hatten, obwohl sie alle dasselbe Setup gehandelt haben. Mit demselben Entry, mit demselben Take-Profit und im Prinzip auch demselben Stop-Loss und die Frage ist am Ende gewesen, warum hatten alle unterschiedliche Equity-Kurven, also Kapitalentwicklungskurven, der eine oben, der andere unten, einer plus minus null, warum? Die Frage lässt sich leicht beantworten, der Hintergrund war der, dass sie alle unterschiedlich ausgeführt wurden, dass es eben hier Markup-Spreads gab, das heißt, dass die Spreads, die hier sozusagen hier aus dem Interbankenmarkt kommen, aufgerissen wurden oder auch hier inkludiert mit gewissen Aufschlägen, wo der Broker praktisch hier immer noch eins oben drauf legt, um sich sozusagen eine goldene Nase zu verdienen und neben dem, dass er gegen den Kunden handelt, eben auch hier ein unfaires Pricing ausführt und das führte dann eben letztlich dazu, dass das Ganze hier sozusagen an der Zeit war, was anders zu machen und deswegen auch hier, Lars als Trader hat es sozusagen umgemünzt und hat sich jetzt hier dafür entschlossen, dann JFD auf den Kurs zu bringen und auch hier natürlich Kunden anzuziehen, die dauerhaft erfolgreich sein wollen. Also unser Ziel kann es nicht sein, sie einzuladen, wie Jay vorhin auch schon sagte, eine gewisse Einzahlungsgröße einzunehmen, die bei uns als Gewinn in die Bilanz zu verbuchen und dann dem Kunden Adieu zu sagen, wir können eigentlich nur von euch partizipieren oder mit euch partizipieren, wenn ihr erfolgreich seid. Deswegen ist es uns ein riesen Anliegen, deswegen unterstützen wir auch sämtliche Algos oder EAs oder also EAs sind Expert Advisors für den Metatrader programmierbare Handelssysteme, die auch meinetwegen im kurzfristigen Skyping-Bereich arbeiten können und viele Broker wollen das gar nicht haben, weil diese eben einerseits dann auch durchaus mal Geld verdienen können und das gar nicht im Interesse des Brokers ist, wenn er sozusagen dann auch Händler gegen den EA ansetzen muss oder Algos gegen Algos antreten muss. Wie auch immer, wir sind offen, wir wollen eigentlich nur, dass ihr gewinnt und deswegen ist es auch so, dass wir auch hier mit der Education, mit dem, was wir uns heute von Jay noch sozusagen vermitteln lassen werden, euch natürlich ein Stück weit erfolgreicher machen wollen und darum geht es in der Konsequenz. Ich denke, Jay hat seinen Kaffee schon geholt. Ich, wie gesagt, habe meinen Espresso morgen auch schon gezogen und habe hier vielleicht eine Methodik, auf die ich dann nochmal eingehen kann gleich. Also ich will euch mal zeigen, warte mal, habe ich hier mein Trading Desk? Also ich könnte mal meine Kamera einschalten, dann seht ihr das auch gleich beziehungsweise ich zeige euch erstmal ein Bild. Man braucht keine 5000 Bildschirme. Ich weiß nicht, Jay, mit wie viel arbeitest du? Ich habe sechs Bildschirme in meinem Büro. Ich habe acht. Du hast acht. Das ist natürlich killermäßig. Ich habe neun, weil ich natürlich noch einen Backup-Laptop neben mir habe. Alles schon passiert. IT, Computer crash, das Position offen und ich habe mein Smartphone hier liegen, wo die Kurzwahltaste für das Dealing Desk vom Broker drauf programmiert ist. Da sprichst du ganz. Dazu muss man sagen, ich war acht Jahre lang Soldat, davon sechs Jahre in den USA und ich bin so ausgebildet worden, dass wir nur im Team funktionieren und dass wir immer sogenannte Redundancies haben. Ich springe auch als Freifaller immer mit einem Reservefallschirm und so habe ich nie mein ganzes Kapital bei einem Broker. Alles Dinge, die ich auch in meiner Ausbildung anspreche, die aber logisch sind. Alles, was wir hier machen, ist logisch. Richtig. Du musst die Spielregeln nur einmal erklärt bekommen und dann obliegt es dir, ob du eben auch in der Lage bist, Spielregeln zu befolgen und in der späteren Entwicklung sehen wir dann oft, dass es psychologische Hindernisse gibt, die dann aber tatsächlich nichts mehr mit der Technik des Tradings oder den Spielregeln zu tun haben, sondern begründet liegen in sogenannten Glaubenssätzen. Das sind dann psychologische, ich nenne es oft salopp Programmierungen, dann kommen eben Verhaltensweisen und Verhaltensmuster an Tage, die den langfristigen Erfolg verhindern und da geht es um die Wertigkeit. Ist ein Mensch sich diesen Erfolg wert? Weil viele glauben und träumen davon, von zu Hause aus zu handeln, wenige überlegen aber, was macht denn das mit mir langfristig? Was ist denn, wenn ich auf einmal Zeit habe? Ich sehe es ja bei mir auch, also ich gehe völlig frei, ich mache die London Session und dann, ich habe ja auch diese Firma gegründet, damit ich nicht total vereinsame und meine Buddies sind im Fitnessstudio, weiß nicht, was die für dubiose Geschichten machen, aber letztens fragt mich einer, was machst du eigentlich? weil du kommst jeden Tag hier im Dogginganzug mittags rein und dann sage ich, ich bin Trader und er sagte, das habe ich mir schon gedacht, keine Ahnung, warum man sich das denkt, aber das ist halt einfach super. Gestern war schönes Wetter, dann bin ich im Co-Park nochmal spazieren gegangen, weil der Markt war gestern uneinheitlich. Das ist auch etwas, unterscheidet Profis von noch nicht so weit fortgeschrittenen Tradern in ihrer Evolution. Wir können die Märkte lesen und wenn nichts zu tun ist, und das ist ja das Tolle, wenn du eben nicht mehr bei einer Bank an den sogenannten Desk, an den Tisch gefesselt bist, dann brauchst du auch nicht da rumsitzen. Es ist halt nichts zu tun, es geht nicht darum, jeden Tag zu traden, es geht darum, die Opportunitäten, die die höchste mathematische Wahrscheinlichkeit dir bieten, um Geld zu verdienen, zu nehmen und dann trotzdem damit okay zu sein, wenn dieser Trade nicht aufgeht, weil der nächste Trade kommt bestimmt. Der Markt ist jeden Tag da und es gibt jede Woche Opportunitäten, Geld zu verdienen, aber auch Geld zu verlieren. Wichtig ist dann, können wir nachher darauf eingehen, dass dein durchschnittlicher Gewinner ist größer als dein durchschnittlicher Verlierer. Alles Kleinigkeiten. Aber lass uns doch mal auf den Markt schauen, wenn du möchtest. Genau. Gehe dir nochmal den Screen. Genau, ich gebe dir gleich mal den Screen rüber, aber wie gesagt, Harald, wir haben auch Kameraden aus der Schweiz an dieser Stelle, Österreich auch zugegen. Ich sage erstmal herzlich willkommen auch an alle, die sozusagen außerhalb der deutschen Grenze hier Zuschauer sind. Österreich ist da ohnehin sehr affin. Freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich dabei seid. Der Raum bricht auch aus allen Nähten, ist voll. Insofern wunderbar. Harald, wie gesagt, die Fragen der Zuschauer können wir hier sozusagen nicht jetzt transparent darstellen, weil das, wie gesagt, immer nur der Moderator sieht. Also nicht jeder Teilnehmer, oder wenn es gehen würde, müsste ich mich damit auseinandersetzen. Zumindest habe ich das noch nie gesehen, dass die Fragen öffentlich sind. Ich meine doch, es gibt irgendwo eine Funktion dafür, aber wir lesen das auch hier ganz transparent vor, was da hier für Fragen kommen. Da haben wir auch keine Geheimnisse. Ich und Jay schon mal gar nicht. Deswegen gebe ich dann gleich mal den Bildschirm an Jay rüber. Wie gesagt, man braucht nicht zwanghaft jetzt hier, wie ich zum Beispiel, sechs monitore, oder Jay 8-9. Aber so sieht zum Beispiel mein Trading Desk aus. Da habe ich euch jetzt mal den Screen geschossen, weil ich habe jetzt hier das Webinar selbst mache ich auf meiner Workstation mit den zwei Bildschirmen. Die Trading Station selbst hat vier Bildschirme und die sieht dann konkret so aus. Einfach nur mal einen Überblick zu gewinnen, was ich hier täglich an meinem Auge sozusagen vorbeiflimmern sehe. Und hier links unten seht ihr praktisch das, was Jay, ich hatte früher eine andere Indikation für die Währungsstärke, also es war eine Indikation, die sich mehr auf Indikatoren zog. Das hängt hier mit dem linken Kasten ein Stück weit zusammen. Und das hier unten, das habe ich praktisch von Jay adaptiert. Das ist sozusagen der Währungsstrom der acht großen globalen Währungen in verschiedenen Timeframes. Und das ist eine ganz, ganz feine Geschichte, die ich hier tatsächlich auch durch Seminar und allein deswegen hat es sich schon gelohnt, neben den zusätzlichen Skills und neben der herausragenden Bekanntschaft mit Jay, hier dieses Tool auch dann sozusagen adaptieren zu können. Und das hat auf jeden Fall auch einen Punkt gebracht, der sozusagen auch wieder ein neues Level in der Betrachtung der Märkte sozusagen hat zum Hervorschein bringen lassen. Und genau damit arbeiten zum Beispiel die Kameraden von Jay wie der Klaus, der wie gesagt ja heute auch zu Gast ist und sicherlich auch schon den einen oder anderen Trade möglicherweise abgefeuert hat. Aber wir wollen jetzt erstmal gar nicht so viel weiter hier in der Theorie und mit den wilden Bildern verlieren, wobei wir noch hunderte Punkte haben, die wir besprechen können. Ich würde aber definitiv Endlos. Endlos, das glaube ich ganz sicher, Jay. Also ich glaube, wir zwei... Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als ich unseren Setup da unten links gesehen habe. Das ehrt mich sehr, Chris. Das freut mich wirklich, dass du das übernommen hast und dass du das nutzt und dass dir das hilft. Und die Herausforderung war für mich, ich musste ja erstmal diesen ganzen MT4-Mist kennenlernen, weil das natürlich niemand bei einer Bank benutzt. Und dann musste ich irgendwas entwickeln, womit jemand in Bildern sehen kann, was an den Märkten passiert. Weil wenn ich jetzt jemandem sage, du brauchst acht Bildschirme, um die 28-Währungs-Pare parallel anzugucken, dann schaltet jeder sofort ab. Wir haben ja gesagt, die Leute wollen eine Lösung, die wollen sofort und die muss automatisch zum Millionär machen. Und wie kann man irgendwie was entwickeln, habe ich mir gedacht, was zumindest mal die Zinsströme darstellt und die Cashflows darstellt, Stärke gegen Schwäche in den einzelnen Währungen. Und ich habe über einen Online-Search einen russischen Programmierer gefunden und dem meine Problematik dargelegt und der hat mir das programmiert, so eben für MT4, dass das jeder nutzen kann. Alle im Seminar haben das. Das allein, das allein ist quasi extremst wertvoll, weil es wird da draußen ausgebildet und nochmal, ich versuche das nur faktisch zu beschreiben, ich werte das nicht, aber das ist absoluter Unfug. Es wird ausgebildet, aber du solltest hier nur einen Chart angucken, einen Währungspaar und das wirklich richtig gut kennen. Nimm am besten Euro-Dollar, das ist am liquidesten und das ist der Spread am geringsten. Was ist das für ein Unfug, wenn du im Euro-Dollar jeden Tag draufstarrst, aber die Opportunität gar nicht im Euro-Dollar ist? Das habe ich nie verstanden, so würde keine Bank handeln, wir setzen ja nicht einen Mann dahin oder eine Frau, nur um Euro-Dollar zu handeln. Wir müssen ja Geld verdienen und nicht, also egal, ich will nicht wieder abweichen, diese Zeige zeigt dir an, auf verschiedenen Zeitebenen, ich zeige es mal ganz kurz, wenn du mir den Screen gibst. Ich gebe dir direkt den Screen. Genau. Müsst du mal gucken, jetzt müsstest du eine Anfrage erhalten. Timer, Attendance, Attentive, okay gut, scheinbar, ja, schon mal Screen. So, du bist jetzt auch Organisator mit dabei. Der hier, okay, super, klasse, dann habe ich den Screen und hier ist unser Indikator, bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Indikator, der dir sagt, buy, sell oder sonst irgendwas, es ist eine, warte, hier, es ist nur eine Darstellung von den Märkten. Okay, ach, das wollte ich verhindern, so, jetzt, also, hier ist die letzte Stunde, hier sind die letzten 8 Stunden sozusagen, die letzte Session dann, ja, okay, don't show again, sorry, hier ist die letzten 5 Tage, hier sind die letzten 30 Tage, hier oben siehst du einen Farbcode, Dollar, Euro, Pfund, Orsi, Kiwi, Swissi, Looney und Yenny, und was er uns anzeigt ist, gehen wir auf die 30 Tage, was ist in den letzten 30 Handelstagen denn passiert, das ist Echtzeit, das kalkuliert er immer in Echtzeit, diese 8 Währungen, für die, die halt ein bisschen neuer sind, nennen wir die 8 größten Währungen, auf Englisch, die Majors, das sind die Majors, und anders als wenn du jetzt zum Beispiel eine Apple Aktie handelst, dann schaust du dir einen Graph an von Apple und das ist der gesamte Apple Markt, es gibt keinen anderen Markt, Währungen sind ein bisschen anders, wir handeln, als bei der Bank handeln wir Währungen, wir handeln kein Währungspaar, ich sage den Satz nochmal, wir handeln Währungen, wir handeln kein Währungspaar und eine Währung, bildlich dargestellt, kannst du dir vorstellen, als wäre es eine Aktie, also nehmen wir zum Beispiel mal das britische Pfund und sagen, das britische Pfund ist eine Aktie auf die Volkswirtschaft von Großbritannien und wenn wir der Meinung sind, dass durch den Brexit diese Volkswirtschaft leiden wird, dann ist es ja klar, dass der Aktienkurs fällt und das macht das britische Pfund, es wertet ab, auf der anderen Seite, wenn wir sagen, die Amerikaner fangen jetzt an, eine volkswirtschaftliche Erholung umzusetzen, wir sind sogar sehr weit im sogenannten Wirtschaftszyklus, dann würden wir diese Aktie der Amerikaner, also die blaue Linie, kaufen, denn eine höhere Volkswirtschaft würde ja bedeuten, die Aktie steigt im Umkehrschluss oder in meinem bildlichen Exempel dargestellt, die Währung steigt und so ist es, dass du über diesen Indikator in Echtzeit genau siehst, wie verhält sich jetzt das britische Pfund gegenüber den anderen sieben Majors, weil ich als Bank, als ehemaliger PropTrader kann ja hingehen und sagen, ja ich möchte gerne das Pfund shorten, aber ich habe ja jetzt verschiedenste Möglichkeiten, das Pfund zu shorten, ich kann es gegen kanadischen Dollar shorten, gegen US-Dollar, im Grunde kann ich es gegen alles mögliche shorten, bei freigehandelten Währungen, aber um eben Anfängern oder noch nicht so fortgeschrittenen Tradern den Währungsmarkt beizubringen, habe ich diesen Indikator entwickeln lassen, denn er zeigt uns an, welche Währung wird stark oder ist stark und wird stärker relativ zu den anderen sieben und welche Währung ist schwach und wird schwächer relativ zu den anderen sieben. Und im Seminar habe ich lapidar als Eselsbrücke gesagt, wir suchen immer das Alligator-Maule, wenn sich dieses Maul aufreißt, dann haben wir im übertragenen Sinne im Chart einen Ausbruch. Also hier sehen wir zum Beispiel, das ist Neuseeland-Dollar und das ist der kanadische Dollar. Und wenn wir uns, ich versuche es mal ganz kurz anzuklicken, ich habe so viele verschiedene Demo-Plattformen offen, da brauche ich nicht immer hin und her, Kiwi gegen Kan-Dollar, dann sehen wir einen Ausbruch. Hier bei der 200er Moving Average, wir sind auf Stärke. Ich will es nur zeigen, das ist ein Markt, wo etwas passiert gerade. Vor allen Dingen, wenn du dir jetzt einen Bankenzeitrahmen anguckst von 4 Stunden. Wir sind also in den letzten 8 Stunden nach oben hin ausgebrochen und genau das hat uns der Indikator auch angezeigt, was ist in den letzten 8 Stunden passiert, Neuseeland gegen kanadischer Dollar. Derjenige, der ausgebildet bekommen hat, sei im Euro-Dollar, hat leider im Moment nichts zu tun, weil der Euro macht in den letzten 8 Stunden nichts und der Dollar wird ein bisschen schwächer gerade. Also gucken wir uns im Vergleich einfach mal den Euro-Dollar an. Was hat denn der Euro-Dollar, dann seht ihr auch genau schon am Beispiel, was ich meine, in den letzten 8 Stunden getan. Range Bound, sorry, er ist hoch runter, das nennen wir übrigens Tracks, Twins, Close and Reverse. Das ist ein signifikantes Preislevel, 1,07 Area, wir reden immer nur von Zonen, da ist der Preis abgewiesen worden, wieder runtergekommen. Aber das, wenn du jetzt ausgebildet wurdest, du sollst nur Euro-Dollar handeln, hier gibt es aber gerade nichts zu tun. Der nächste Punkt ist, nachdem du dir, wir tun jetzt mal so, als bauen wir uns einen Trade zusammen oder sehen uns die Märkte an, du nimmst dir also ein Blatt Papier, deinen Stift und wirfst erstmal einen Blick auf die Märkte. Was ist denn jetzt passiert? Ah, Neuseeland-Dollar steigt und Kann-Dollar fällt. Natürlich fällt Kann-Dollar, weil wir gestern uneinheitliche Zahlen hatten, auch das, ein Bild sagt mir als tausend Worte, wir gehen also zurück, was ist gestern passiert? Oryx Factory, kennen viele von euch, ist umsonst und wir sehen hier Kanadischer Dollar, da war die Rate Statement, die Zinsen wurden gleich gelassen, aber die Pressekonferenz, das ist ja auch das, was wir heute zusammen live erleben dürfen, die war bärisch. Bärisch heißt fallende Kurse, Schwierigkeiten unter Umständen für die kanadische Volkswirtschaft und das Wachstum und deshalb sehen wir ein bisschen Schwäche. Der zweite Punkt ist, es ist einfach automatisch schon, wenn du kanadischer Dollar machst, dann guckst du dir auch immer Öl an. Das ist ein Ding, das heißt Tradingview.com, das ist so ein Online-für-umsonst-Charting-Plattform. Ich versuche erstmal die Tools zu zeigen, die umsonst sind. Das haben wir auch gestern gesehen, Öl hat nochmal abverkauft, signifikant, und das zeigt sich halt auch in der Schwäche des kanadischen Dollars. Und jetzt kommt ein interessanter und wichtiger Punkt. In den letzten fünf Tagen war jetzt kanadischer Dollar das schwächste, Neuseeland-Dollar das stärkste, Neuseeland-Dollar und Australien-Dollar ziehen an. Warum? Auf der einen Seite sind Eisenerzpreise, das ist ein wichtiger Wirtschaftswachstum für Australien, steigen an. Auf der anderen Seite hat von diesen acht Majors der Neuseeland-Dollar die höchste Zinsrate. Und da kommen wir schon wieder zu dem Punkt, den ich eingangs in einer meiner 4.000 Themen, die ich schon angeschnitten habe, gesagt habe. Das globale Kapital sucht immer die höchste Rendite zu dem geringsten Risiko. Und Geld fließt in den Neuseeland-Dollar, weil du dort 1,75% bekommst per annum, während du zum Beispiel in der Schweiz Negativzinsen hast oder in Europa Negativzinsen hast. Und dieses Zinsdifferenzial positiv für dich zu nutzen, das nennen wir den Carry Trade. Und ich sage es vorab, Carry Trade bedeutet, du leistest dir in einer billigen Währung mit Null- oder Negativzinsen das Geld, wie zum Beispiel der japanische Yen, und investierst es in einer höheren rentierenden Währung, wie zum Beispiel Aussi-Dollar oder Neuseeland-Dollar. Und auch hier, es ist keine Überraschung, jeder Carry Trade wird dir irgendwann explodieren. Irgendwann kommt es zu der Gegenbewegung und die wird dann ein massives, wir nennen das auf Englisch Repositioning, eine Repositionierung im Markt zur Folge haben, denn diese Carry Trades müssen geschlossen werden. Okay, also, ich schaue mir den Markt an und sehe aber und weiß, der zweite Blick geht immer sofort dann hier zu den Zahlen, dann sehe ich also, okay, Neuseeland hatte also auch Zahlen über Nacht, allerdings nicht marktbewegend, was ist denn heute an Zahlen? Über Nacht hatte ich auch Aussi-Dollar und Aussi-Dollar war wichtig, Employment Chains, also Arbeitsmarktzahlen kamen besser, aber die Arbeitslosenrate ist ein bisschen hochgetickt. Das ist ein uneinheitliches Bild und dann muss ich mir die Reaktion im Markt ansehen, was denn jetzt passiert. Heute ist erstmal EZB, bei der EZB heute erwarten wir keine Veränderung, aber die Pressekonferenz hinterher wird exorbitant wichtig, denn der Markt und ich sage es nochmal, der Markttypen wie ich, Marktteilnehmer bei einer Bank, bei großen Institutionen, bei großen Hedgefonds, die ganze Welt, sie spielen immer ein Thema und der Markt kann sich nicht auf zwei oder drei Themen parallel konzentrieren. Deshalb ist der Euro sehr, sehr ruhig in den letzten Tagen, weil das Thema, was der Markt im Moment gespielt hat, ist und sind die Zinserhöhungen der FED, die den Dollar immer stärker machen würden, gegen Herrn Trump, der den Dollar runterreden möchte. Das zweite Thema, was Anfang der Woche sehr wichtig war, war die Rede am Dienstag von Premierministerin May, die dazu geführt hat, dass sie sagte, sie wird den endgültigen Brexit-Deal, den sie mit der EU aushandelt, vor beiden Häusern im Parlament zur Abstimmung am Ende vorlegen. Das ist eine Indikation dafür, wie ich auch in Morning Expresso gesagt hatte, dass es unter Umständen ein Soft Brexit gibt. Wenn dem so ist, dieses Soft Brexit, dann heißt das, dass wir unter Umständen mit weniger Schmerzen für die UK Volkswirtschaft rauskommen. Das hat erst einmal dazu geführt, dass die Short-Positionierungen im Fund, die allgemein bekannt waren, ich habe es auch am Morning Expresso gezeigt, ich kann es auch hier nochmal zeigen, hier gibt es eine Website, Commitment of Traders, bilde ich auch aus, sehr, sehr wichtig, ist immer zwei Tage älter, also ist nicht tagesaktuell, sondern wird mittwochs gemacht, freitags publiziert, das heißt, du bist immer ein bisschen hinterher, nichtsdestotrotz hilft dir das, du kannst dir die verschiedenen Typen ansehen, das ist von Chicago, dem Futures Handel, und die müssen transparent publizieren, wie sie positioniert sind, und hier sehen wir Leverage, das sind also Hedgefonds, Leverage heißt immer Gehebelte, Gehebelte hatten eine erhöhte Short-Position im Kabel, Fund gegen Dollar nennen wir Kabel, liegt übrigens daran, dass wir ein Unterseekabel damals hatten, das war das erste Unterseekabel zwischen New York und London, und deshalb heißt Fund gegen Dollar heute noch Kabel, und da wurde der Wechselkurs telegrafisch kommuniziert. Looney ist der kanadische Dollar, US-Dollar heißt Looney, Looney ist dieser Vogel, das Wappenzeichen, aber bei uns Tradern, Looney auch steht für ein bisschen verrückt sein, weil der kanadische Dollar ein bisschen verrückt reagiert, häufig, kleine Nebenanekdoten. Bei der Bank würdest du heute sitzen und gar nicht so viel erwarten, weil die wenigsten wollen sich präpositionieren gegenüber, was denn heute der Draghi sagt, denn das Thema, was Draghi sagen wird, ist, wir haben erhöhte Inflation, das ist Fakt, das ist publiziert worden, und wir haben das Verrückte, ein ganz leicht ansteigendes Wirtschaftswachstum in der EU, ganz leicht ansteigend, nicht so stark wie in den USA, aber dennoch leicht ansteigend. Wichtig ist dann bei so etwas auf die sogenannten PMI-Zahlen zu gucken, Purchasing Manager Index, aber ich möchte jetzt nicht wieder zu weit weg, wenn ich heute morgen den Morning Expresso gemacht hätte, ohne dass ich jetzt schon auf den Markt, ich meine, wir haben jetzt immerhin 9.46, der Markt ist schon gelaufen, aber heute morgen, wäre mein Trade, auf den ich geschaut hätte gewesen, oder den ich empfohlen hätte, fundamental bedingt, Schwäche im kanadischen Dollar, aber Stärke im US-Dollar, wie wir jetzt aber nach der Marktöffnung sehen, hat sich die Stärke im US-Dollar noch gar nicht manifestiert, aber es wäre der Trade, den ich mir angeguckt hätte, denn wir hatten gestern Abend eine Rede von der Frau Yellen, mal kurz gucken, ob sie hier aufgeführt war, Press Conference, Fetcher Yellen Speaks, genau, und Frau Yellen, und das ist das Interessante und das Wichtige, sagte eben, sie möchte gerne frequentiert die Rate-Zyklen anziehen, also frequentiert die Rates anziehen, mehrere 10 Schritte pro Jahr durchführen, und das hat sofort dann wieder zu einer etwas bullischen Reaktion in diesen Dollar-Pairs geführt. Das würde ich mir jetzt normalerweise mit 28 Pairs anschauen, jedes einzelne Paar, und Chris, ich muss dich ganz kurz fragen, dürfen wir das einmal ganz kurz durchgehen, oder dauert dir das zu lackern. Nee, grundsätzlich ist das überhaupt kein Problem, die Teilnehmer, wie gesagt, haben auch 2, 3, 4 Fragen noch, ob man das Tool kaufen kann, Jay, also ob man den Indikator überhaupt hat. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, für mich war es selbstverständlich, dass die Leute, die ins Seminar bei mir kommen, das bekommen, und dann auch die Coaching-Ausbildung, aber vielleicht ist das ja etwas, was wir in Erwägung ziehen könnten. Also ich sage jetzt nicht nein, aber ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich schon, also ich bin so, ich möchte schon gerne das Wissen vermitteln, damit du dir selber nicht wehtust mit deinen etwaigen Tools. Wir können, wir können vielleicht, lass uns drüber sprechen, der da vielleicht Interesse hat. Genau, soll mich anschreiben oder ansprechen oder bei dich kommen. Vielleicht könnten wir dann so etwas machen in Richtung, ich produziere dann nochmal ein Video zumindest, oder ein Set von kleinen Videos, um das genauer zu erklären und auch die Nutzung dann nochmal zu erklären. Oder wir ziehen irgendwie... Es ist so, dass ich einen gesamten Prozess ausbilde. Also fundamentales Picture, ich weiß halt, weil ich den Markt verfolge, das ist ja nun mal mein Job, ich weiß halt, okay, wir hatten gestern Abend Jellen, das ist positiv für den Dollar erstmal und wir hatten gestern die Ansprache nach der Zinsentscheidung in Kanada und das ist erstmal ein etwas schwächerer kanadischer Dollar zu erwarten. Wenn die Session aber dann losgeht, dann ändert sich das Bild. Das sehen wir auch an unserem Indikator und auf einmal sehen wir, ah, Kapital strömt aber jetzt in den Neuseeland-Dollar und ich würde mir dann eben Neuseeland-US-Dollar anschauen oder Neuseeland-Kanadischer Dollar. Aber du musst dir einen Plan machen und der Prozess ist immer derselbe oder der gleiche. Lass mich ganz kurz hier weitermachen. Also Bund, ich schaue mir den Bund an, der Bund ist die 10-Jährige, also hier der Bund Future ist natürlich auch nur als CFD dargestellt, das ist mir alles klar, aber der Bund Future zeigt mir im Grunde an, ob wir Risk-On oder Risk-Off haben. Hier sehe ich, sind wir an einem, das sind immer Daily und dieses Gelb hinterlegen, das mache ich mir selber. Daily und Weekly ist mir halt wichtig. Ich schalte einmal um, um die ganzen Indikatoren zu refreshen. Eine Sekunde, wir müssen einmal umschalten auf 4-Hour. Ich musste das alles lernen mit MT4, aber gut, jetzt kann ich es und jetzt akzeptiere ich die Plattform so wie sie ist. Das ist nicht ideal, aber ist auch nicht suboptimal. Das hier nennen wir ein Role Reversal, also okay, Bund ist im Moment, könnte wieder leicht ansteigen. Risk-On, Risk-Off, sollte ich vielleicht ganz kurz darauf eingehen, weil es exorbitant wichtig ist. Exorbitant wichtig. Lass mich ganz kurz gucken. Risk-On, Risk-Off. Hier ist der Slide. Hier ist der Slide. Wie kann ich den jetzt zeigen? Ich kann auf Präsi gehen und ich kann, das ist jetzt hier mal live aus meinem Seminar. Risk-On, Risk-Off. Was bedeutet das? Wie schätzen wir es im aktuellen Marktumfeld ein und was bringt mir das als Trader? Risk-On bedeutet die Bereitschaft von Investoren und den Big Boys risikoreiche Aktiva zu kaufen. Also zum Beispiel, dass die Aktien steigen. Können wir ganz kurz gucken. Wenn ich was sage, möchte ich auch immer direkt gucken. Was machen die Aktien eigentlich heute Morgen? Kakeron plus minus null eigentlich. Deutschland plus minus null eigentlich. Asien, Hongkong leicht im Minus. Japan aber leicht im Plus. Klar, das kam auch wegen der Yen-Schwäche. Okay. S&P, Unchanged. Die Aktien machen im Moment nichts. Habe ich eben gesagt. Habt ihr alle gehört. Natürlich macht der Markt nichts, weil wir auf Pendragi warten. Also, wenn du Risk-On hast, dann ist die Risiko, also dann ist die Bereitschaft hoch Risiko zu tragen. Das heißt, S&P hoch, Aktien, Darks, Fuzzi, würde alles hoch sein. Dollar, Yen hoch. Weil du Risk-On hättest. Gold runter. Gold, sehr, sehr hohe Korrelation zum US-Dollar, so wie Rohstoffe allgemein. Okay. Das Bild flackert ganz kurz. Also dein Bild scheint zu flackern. Bei mir nicht. Das ist ein Problem. Haben wir zu viele Ressourcen geschluckt? Zumindest ist es immer so, dass dein Desktop-Hintergrund, das tiefe, entspannte Bild zu sehen ist, mit dem Brotsteg. Und zwischendurch flackert immer die PowerPoint auf. Und das ist immer so ein Sekundenwechsel. Lass mich die PowerPoint zumachen. Vielleicht ist das zu viel für ihn. und wir ziehen das hier rein. Einfach. Und du lässt mich wissen, ob das besser ist. Ich glaube, das sieht wesentlich besser aus. Das dürfte... Dass du das entspannter. Na wobei, jetzt blinkt es wieder. Das ist ja eigenartig. Warte mal. Also jetzt, also eben war zumindest das Gap, also die Lücke größer. Jetzt scheint es aber zu gehen. Also jetzt, es war eben, naja, jetzt kam es wieder. Es kommt immer im Millisekundenbereich. Wenn du es klein machst. Ja, ich mache es mal klein. Klein. Also eben wie gesagt, ja so, so jetzt hatte ich den Eindruck. Vielleicht ist es... Es kann auch sein, dass es ein Bug im PowerPoint vielleicht ist. Es scheint mir fast so zu sein. Weil jetzt, wenn du es so hast, blinkt es überhaupt nicht. So ist es gut zu lesen. Ich habe jetzt mal hinten die Ressourcen rausgenommen. Sag mal, ob das blinkt. Ich schau mal. Also jetzt ist bislang alles green. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Jay. Wenn du es gesehen hast, tut mir leid. Ich hatte es auch, erst mal dachte ich, das ist ein Bug bei mir, aber ich habe auch im Chat gelesen, dass es blinkt. Jetzt scheint es in Ordnung zu sein, aber ich habe es glaube ich eben, also wenn du die PowerPoint klein machst, scheint es definitiv zu gehen. Wobei jetzt... Okay, der Team hat gesagt, es ist in Ordnung. Genau. Ich mache mal schnell weiter. Ich will ja auch die Fortgeschrittenen nicht langweilen. Gebt mir gerne ein bisschen Feedback. Jay kennen wir schon, dann mache ich weiter. Oder ist es vielleicht auch interessant. Definitiv. Also definitiv interessant. Gold hängt stark am Dollar. Renten ist immer die sogenannte Risk-Free Rate. Also die Annahme ist, das ist jetzt das Wirtschaftsstudium. Du hast die risikofreie Zinsrate, da sind die Staatsanleihen und als Hauptindikator nehmen wir Profis da die 10-jährigen Staatsanleihen in den verschiedenen Ländern. Ich würde jetzt gerne Reuters zeigen, ich schreibe es mir mal auf, vielleicht machen wir das später. 10 Jahre, ich zeige euch das nachher. Die Zinsen, kurzes Ende ist 2 Jahre, langes Ende ist 10 Jahre, ganz langes Ende sind 30 Jahre. Das nennen wir eine Zinskurve. Die Renten zeigen uns an, wo ist die Zins, wo ist der risikofreie Zins und immer wenn du dann etwas, das nennen wir Beta und Alpha ist eben dann die Komponente, entweder zum Beispiel bei einem einzelnen Unternehmen, Apple, Apple hat einen erhöhten idiosynkratischen Risikoaspekt, das nennen wir so, idiosynkratisch und synkratisch. Synkratisch ist also das Marktrisiko, das heißt allgemeine Markt und idiosynkratisch ist das einzelne Risiko, was oben drauf kommt. Und Beta und Alpha insgesamt geben dir da deinen Zins. So und man nimmt an, dass die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel ihre Zinsen, ihre Schulden zurückbezahlt. Und die 10 Jahre in Deutschland sind im Moment glaube ich bei 33 Basispunkten. Also du kriegst, wenn du der Bundesrepublik Deutschland Geld leist, 0,33% Zinsen auf 10 Jahre. Das ist nichts, das ist nothing. Deshalb musst du eigentlich traden lernen, weil du musst dich um Teile deines Geldes selber kümmern. Das ist meine aufrichtige Meinung. Und wenn du Risk on hast, hast du Event Risk minimal, also keine wichtigen News, Events oder globale Themen. Ich sage es schon mal direkt, wir fahren keine Positionen vor riesengroßen, wichtigen Events, wie zum Beispiel Dienstag, Premierministerin May, wichtigste Rede überhaupt. Auch deshalb finde ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, ein Coaching oder ein Zugang zu mir über ein Jahr lang relevant, weil du kannst als Neuling noch gar nicht einschätzen, welche Themen spielt der Markt jetzt im Moment und welche Rede ist jetzt wichtig und welche ist nicht wichtig. Und worauf schaut der Markt? Risk off ist genau das Gegenteil. S&P runter, Dollar Yen runter, Gold hoch. Der sogenannte sichere Hafen. Yen zieht dann an. Und wenn Yen anzieht, geht der Dollar runter. Renten gehen hoch. Deshalb schaue ich als erstes immer auf den Bund Future. Haben wir jetzt Risk on oder Risk off? Das ist absolut wichtig, weil es dein Sentiment, deine Marktstimmung für die jeweilige Session oder die Woche bestimmt. Nach der Trump-Wahl hatten wir sofort Risk on. Die Aktien sind durch die Decke geschossen, Rohstoffe haben angezogen, es war ein positives Marktumfeld. Wenn wir eine Atombombe haben, die in New York als Anschlag hoch geht, Gott verbitte, also hoffentlich nicht, aber ich sage nur, dann hätten wir sofort Risk off. Aktien gehen in den Keller, Dollar Yen geht in den Keller, wir würden Gold sehen, zieht an und Renten ziehen an. Die 10 Jahre würden anziehen, im Preis anziehen. Die Rentenpapiere, die Staatsanleihen würden teurer werden. Das Geld wird dann in Hochliquiden, vermeintlich sicheren Anlagen geparkt. Wobei es natürlich fraglich ist, ob Gold hochliquide ist, aber es wird dann über Goldfuture oder Gold-ETFs abgebildet, diese Kapitalströme. Event Risk ist hoch. Jetzt hatten wir ja in den letzten Jahren das sogenannte quantitative Easing, also Zentralbanken, die die Geldmenge erhöht haben und selber Anleihen angekauft haben. Ich sage das nochmal für diejenigen, die das nicht kennen, was das für eine absurde Welt ist, in der wir leben. Die Amerikaner drucken sich selber Geld und leihen es sich selber. Das bedeutet quantitatives Easing. Die haben das eingestellt und reduziert. Das ist eben das Thema heute Nachmittag. Wird aufgrund der ansteigenden Inflation, genau, QE steht für quantitatives Easing. Quantitative Easing. Es kam gerade von Wolfgang die Frage rein. Entschuldigung, wenn ich nicht per Sie sage und Vornamen nur nenne, einerseits bleibt jeder dadurch anonym, andererseits sagt jeder, duzt sich jeder auf einem Trading Floor. Also nicht despektierlich gemeint, ich weiß, in Deutschland sind wir eher konservativ, nur so als Nebenbemerkung. Wo war ich? Ich habe den Faden verloren. Quant Easing, genau, richtig. Danke sehr, Tibor. Also, Quant Easing Trade bedeutet, wenn eine Zentralbank des jeweiligen Landes die eigenen Staatsanleihen ankauft. Also, du kaufst deine eigenen Schulden an. Das bedeutet quantitatives Easing. Wir haben das in Europa riesig groß. Am besten, ihr werdet mit mir Freundschaftsanfrage auf Facebook, Jay Medro, weil ich haue manchmal so Sachen raus, die interessieren keinen, außer Leute, die halt Interesse an den Märkten haben. Ein Freund, mit dem ich zusammen in Washington stationiert war, hat mir die Tage eine Frage gestellt, ob der Euro auseinanderbricht oder nicht und ich habe dann einfach mal ein paar Paragraphen dazu geschrieben, er hat das später geteilt, er fand das hochgradig interessant. Ich vergesse häufig, dass die Welt da draußen überhaupt nicht realisiert, was hier passiert. Den Menschen fehlt die Finanzausbildung. Es ist absurd, was wir in den Schulen ausbilden, allen möglichen Mist, aber eben nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. im Sinne von Geld. Okay, quantitatives Easing, Zentralbanken kaufen ihre eigenen Staatsschulden an, in Europa wird das hochgradig gemacht. Das Problem ist, das ist eine Verzerrung von Risiko. Italien ist eine Volkswirtschaft, die ist, jetzt hätte ich wieder fast geflucht, schwer angeschossen, aber sie leihen sich für unter 2% für 10 Jahre lang Geld bei Kapitalmarktanlegern. Das ist lächerlich. Das ist ein künstlicher Preis, weil der größte Käufer der Erde, in dem Fall die Zentralbank von Europa selber, Staatsschulden von Italien ankauft und hohe Nachfrage bedeutet hoher Preis. Hoher Preis in Staatsschulden bedeutet niedrige Zinsen. Das liegt an der sogenannten Bond-Formel, also an der Rentenpapierformel. Ich gehe jetzt nicht auf die Finanzmathematik ein, und merkt euch einfach für jetzt, wenn Staatsanleihen im Preis steigen, bedeutet das niedrigere Zinsen. Wenn Staatsanleihen im Preis fallen, bedeutet das höhere Zinsen. Jetzt versuchen wir direkt gemeinsam die Transferleistung zu machen. Wenn Staatsanleihen fallen, Staatsanleihen gehen runter, haben wir dann Risk-On oder Risk-Off? Vielleicht möchte mir einer das mal sagen. Nein, das möchte mir keiner sagen. Ich sage nochmal die Frage. Staatsanleihen gehen runter. Haben wir Risk-On oder Risk-Off? Jay, du musst den Leuten noch ein bisschen Zeit geben zum Antworten. Lass sie, die Erfahrung zeigt, dass es immer kurz erst mal sacken muss. Und du hast ja wirklich reichhaltige Informationen. Ja, ja, ja. Ich mache auch viel zu viel, viel zu schnell. Es tut mir leid. Es ist schon wunderbar. Die Leute sind ja dabei. Jetzt kommen auch die vielen Anfragen rein. Wunderbar. Also insofern, da kommt jetzt was. Wunderbar. Erstmal vielen, vielen Dingen Dank an euch, die mitmachen. Das finde ich großartig. Staatsanleihen sind Rentenpapiere. Wenn die Rentenpapiere runtergehen, dann haben wir Risk-Off. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich sitze beim Hedgefonds und ich komme morgens rein und ich muss aus meinem Geld mehr Geld machen. Das ist mein Auftrag. Es kommen extrem positive Zahlen. Trump sagt, ich mache doch keinen Wirtschaftskrieg mit China und ich brauche keine Mauer mit Mexiko und ich werde dafür sorgen, dass wir ein riesengroßes Infrastrukturprogramm verabschieden. Das Größte in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind sehr, sehr positive Neuigkeiten. Der Markt wird darauf positiv reagieren und ich möchte dann in einer Anlageklasse investiert sein, die an diesem Tag steigen wird. Und das ist in dem Fall zum Beispiel der Aktienmarkt. Der wird sehr positiv darauf reagieren. Stellt euch vor, er sagt, ich mache das größte Infrastrukturprogramm in der Geschichte der Amerikaner. Was könnte das sein? Naja, deren Autobahnen sind genauso marode wie unsere. Wir könnten also uns in diesem Sektor anschauen, wer ist eigentlich da sowas wie Strabag bei uns hier? Wer macht dort Straßenbau? Kaufen wir so etwas? Wer stellt Kräne her, um öffentliche Gebäude wieder abzureißen, neu aufzubauen? In diese Richtung müsst ihr denken. Oder zum Beispiel, er sagt, ich werde unser Militär erneuern. Dann schaust du dir sogenannte Defense-Namen an, also Defense Contractors. Wer baut denn Panzer und Flugzeuge? Unschönes Beispiel, aber so agieren wir nun mal im Markt. Das heißt, die Aktien gehen hoch. Bei den Staatsanleihen habe ich nur den Vorteil, wenn ich in Staatsanleihen investiere, dass ich mein Kapital sicher, ich sichere es ab gegen mehrere Verluste in der Zukunft, dass also aus meinem Kapital weniger Kapital wird. Es ist hochliquide, aber dafür bekomme ich keine Zinsen. In Deutschland, hatte ich ja eben gesagt, kriegen wir für 10 Jahre, wenn wir deutsche Staatsanleihen kaufen, 0,33% Zinsen. Wir gucken nachher uns den jetzigen Live-Renditenkurs an, aber irgendwie so um die Area ist das. In Amerika sind wir um die 2,4% für 10 Jahre. Da siehst du schon allein, dass die amerikanische Volkswirtschaft, weil sie höhere Zinsen zahlen, in einem gesünderen Stadion ist, als die europäische. Macht das Sinn? Ich hoffe, das macht Sinn. Okay. Nächster Slide. Wenn ich Risk-On bin, dann habe ich Marktteilnehmer, die halt Risiko kaufen wollen. Beispiel habe ich hier jetzt aufgetan. Wann passiert sowas? Weiß nicht. Ein großer Friedensvertrag wird publiziert. Oder wir haben positive Überraschungen bei Wirtschaftsdaten. Immer, wenn etwas besser erwartet wird, besser kommt, als es erwartet wird. Oder wir haben sehr, sehr positive Unternehmensgewinne. Wir haben auch einen normalen Tag mit normaler Volatilität. Also nicht einen Tag wie heute, wo wir die EZB haben, sondern einen ganz normalen Trading-Tag. Das bedeutet für uns dann auch, wenn wir uns gleich die Charts angucken, dass die Charts, dass die Märkte technisch reagieren. Chart-Niveaus, die wir identifizieren können, die halten. Wir sehen das Volumen an bestimmten Preisniveaus. Der Markt reagiert, wie wir es annehmen. Das ist alles Risk-On. Das ist total super. Aber das sind die Märkte, an denen wir davon ausgehen, dass eben, ich zeige es nochmal, der ASMP hochgeht, der Dollar-Yen hochgeht zum Beispiel, Gold runtergeht, Staatsanleihen eher runtergehen. Das heißt, dann im Umkehrschluss, die Zinsen gehen ein bisschen hoch. Kein Event-Risk. Risk-Off ist genau das Gegenteil. Der Markt ist absolut risikoavers. Wir sehen sofort, Preisniveaus halten nicht. Egal, was unser technischer Chart zeigt, Preisniveaus halten einfach nicht. Eine Unterstützung oder Widerstand wird einfach durchbrochen. Wir sehen, dass der Dollar fällt gegen den Schweizer Franken, gegen das japanische Yen. Wir sehen auch, dass das Fund fällt gegen das japanische Yen. Japan ist total überschuldet, ist eine katastrophale Volkswirtschaft, seit 25 Jahren drucken die Geld, es kommt keine Inflation, kein Wirtschaftswachstum. Aber, du kannst als Hedgefondsmanager Milliarden im Yen parken. Hochgradig liquide und da passiert nichts. Also, fundamental ist der japanische Yen keine Währung, die du long sein willst. Fundamental ist es aber so, dass es in einem Risk-Off-Szenario weniger relevant ist, sondern du musst deine Milliarden so schnell wie möglich irgendwo parken, damit die Milliarden auch Milliarden bleiben und nicht im Wert verlieren. Wenn also etwas Schlimmes passiert, dann willst du nicht in den Aktien sein, wenn die Aktien 8% verlieren. Dann hast du nämlich gerade 8% Verlust gemacht. Sondern, du verkaufst deine Aktienanteile und parkst das Geld in Staatsanleihen, entweder in US-Staatsanleihen oder wenn du in Euro bist, vielleicht auch in Euro dann. Und, große Investoren gehen halt, wie gesagt, und parken das Geld im Yen einzig und allein dahingehend, dass es sehr liquide ist. Du kannst unheimlich viele hohe Summen dort parken und mit wenig Verlust wieder rausziehen. Was kann noch Risk-Off auslösen? Wir hatten das zum Beispiel gesehen, institutionelle Probleme. Ihr wisst, letztes Jahr, als die Schlagzeile kam, dass das Department of Justice in Amerika und die Umweltbehörde in den USA VW verklagte, weil sie wegen dem Dieselmotor FUSH-Software eingebaut haben sollen. Das war eine Katastrophe, idiosynkratisch für diese Aktie, war aber auch erst mal dämpfend für die Euphorie am Markt, jetzt wieder auf das systemische Risiko gesehen. Wenn Banken pleite gehen, in Lehmann zum Beispiel, das war systemrelevant, als Lehmann pleite gegangen ist, ich war übrigens live dabei bei Lehmann damals, sehr, sehr unschöne Erfahrung. Das hat ja den Finanzcrash in der Geschichte unseres jetzigen Finanzsystems ausgelöst damals. Aber auch negative Gewinne in wichtigen Sektoren können dazu führen, Black Swan Events, Terroranschläge, wobei auch hier darf ich Nebenbemerkung sagen, also diese Terroranschläge, die wir jetzt sehen, dass Menschen ihr Leben verlieren, sind schrecklich, aber sie beeinflussen die Märkte nicht mehr. Es müsste also was ganz, ganz Schlimmes kommen, was riesengroßes. Und ich gehe dann normalerweise in meinem Seminar dann hier eben auch noch über Fragen ein und so, ich mache das sehr praxisnah. Jetzt möchte ich noch mal zurück zu unserem Markt gehen, ganz kurz, weil nicht jeder hat vielleicht den ganzen Tag Zeit und die wollen ja vielleicht auch mal sehen, wie schauen wir uns die Charts an. Also, ich sehe weiterhin, dass Neuseeland gegen kanadischer Dollar heute was zu tun hat. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal diesen Chart an. Ich nehme einfach mal JFT, wenn ich darf. Wo ist mein JFT? Hier oben. Ich würde fast darum bitten, mein Guter. Ich sage danke dafür. Jetzt muss ich nur das Paar finden. Da bin ich nicht mehr so schnell wie früher. Neuseeland-Cut. Wir machen einfach ein neues Chart-Window auf und wir fangen mal von ganz vorne an. So, der Prozess ist immer gleich. Du verschaffst dir erstmal einen Überblick über den Wochenchart. Was sehen wir hier? Ganz normal, okay, wir sind insgesamt in einer Range. Das ist hochinteressant. Und auch wenn das heute nicht erreicht wird, so bin ich halt einfach, weil ich so ein Perfektionist bin oder zu lange ein Soldat war. Ich zeichne mir erstmal die letzten Preisniveaus, die relevant waren, ein. Wir nennen das In-Play. Was war In-Play? Dann habe ich einen Blick aufs Volumen. Ich sagte ja, die Großen können ihre Spuren nicht verdecken und hier haben wir etwas, das in letzter Zeit, in den letzten Wochen höchste Volumen an dieser Kerze. Das ist ein klares Reversal-Bar. Ich hatte heute schon über diese Konstellation gesprochen. Wir nennen das Close and Reverse. Dieses Preisniveau hier oben von wahrscheinlich 98 Area, also 0,988. Ich bin bei den Wochencharts sehr großzügig, was das angeht. Ich will mir erstmal einen Überblick verschaffen. Das hier oben nennen wir Finished Business. Das war es erstmal. Wir sehen dieses Preisniveau bis auf weiteres nicht. Hier liegen auch keine Stops. Es ist erstmal vorbei, dieses Thema. Außerdem sind wir auf dem Wochenchart. Aber der Markt ist fraktal, von seiner Natur her aus. Ein Preisniveau ist ein Preisniveau ist ein Preisniveau. Es ist völlig egal, ob du auf dem Tick-Chart bist, einem 1-Minuten-Chart oder auf dem Monats-Chart. Dieses Preisniveau ist relevant. Hier ist der Markt abgewiesen worden. Das ist Finished Business. Bitte erlaubt mir zu sagen, dass ich nicht jedes einzelne Wort und 21 Jahre Erfahrung und mein ganzes Seminar hier abhalten kann. Noch möchte ich das. Ich habe noch 9 Plätze frei. Es würde mich sogar freuen, wenn jemand sagt, ich möchte ein Jahr lang ausgebildet werden und kommt über nächstes Wochenende sogar noch aufs Seminar. Pass auf, Jay. Aber ich kann euch ... Entschuldigung. Pass auf, Jay. Ich stelle den Link von deiner Website direkt mal rein, gebe aber auch hier nochmal gleich die Info, wer von euch da Lust hat auf das Tool. Ich werde da mit Jay nochmal ein Agreement ausmachen, wie wir das vielleicht darstellen können. Schreibt es an den Kundenservice Live-Webinar mit Jay, also an unseren JFD-Kundenservice. Dann werden wir eure E-Mail-Adressen, ich vermute, es sind mehrere, sammeln. Und dann werden wir uns mal überlegen, wie wir das mit dem Tool machen können für euch. Und ansonsten, ich stelle jetzt mal die Website von Jay direkt, die wir vorhin gesehen haben, online. Da könnt ihr euch oben auf der Reiterleiste sozusagen durchklicken und da, wie gesagt, Jay hat noch Plätze. Könnt ihr euch anmelden. Aber wie gesagt, mir ist der Jay auch ins Herz gewachsen. Ihr merkt auch, was er hier für Skills vermittelt. Ich glaube, wir werden hier noch mehr miteinander zu tun haben. Nichtsdestotrotz, der Link ist gesetzt. Ansonsten, wer sich für das Tool interessiert, übrigens jetzt blinkt es wieder, Jay. Wer sich für das Tool interessiert, vielleicht liegt es gerade an mir. Vielleicht den Metatrader nochmal klein machen. Aber wie gesagt, wer da Interesse an dem Tool hat, dann unseren Kundenservice at jfdbrokers.de oder .com anschreiben. Einfach Tool Live Webinar. Nash Player Problem. Wie gesagt, dann werden wir uns drum kümmern. Ansonsten wegen dem Seminar schaut euch das an. Da gibt es einiges zu erfahren. Und Jay, ansonsten fahr einfach weiter fort. Ja, also letzter Satz zum Seminar, weil Chris und ich sind aufrichtige Typen und ich halte nichts von riesengroßen Werbegeschichten. Wie gesagt, das erste Seminar ist sehr reißerisch vermarktet worden. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe mich nämlich Tage und Wochen mit der Vorbereitung des Contents beschäftigt und nicht mit der Vermarktung. Und dieses reißerische Vermarkten hat dafür gesorgt, dass es in 48 Stunden ausverkauft war. Meine Firma habe ich am 15. November gegründet und es hat absolut Hand und Fuß. Ich habe mittlerweile schon fünf Artikel im Traders Magazine verabschiedet und ich kann euch 21 Jahre so viel Erfahrung in den Kopf prügeln. Es ist Wahnsinn. Was ich wohl gut kann, sagt der Volker mir zumindest, ich kann hochkomplexe Dinge simpel darstellen. Im Seminar haben wir Zeit, da haben wir Luft zu atmen. Wir sind in Seeheim im Lufthansa Ausbildungszentrum. Das ist absolut top da. Es ist eine super Truppe bisher. Ein, zwei Anfänger. Der Rest ist ein bisschen fortgeschrittener, aber noch nicht langfristig profitabel. Der Frank und der Klaus kommen ebenfalls. Das sind die Jungs, die letztes Jahr die Ausbildung durchlaufen haben. Und was ich sagen möchte, ist, ich persönlich habe in den USA meine Ausbildung, meine Uni-Ausbildung gemacht und ich habe weit über 100.000 in meine Ausbildung gesteckt. Für mich ist das, ich bin da anders, ich bin da nicht deutsch, ich bin da amerikanisch. Für mich ist Geld in Ausbildung stecken völlig normal. Dieser Preis, 2.000 Euro, ich habe gedacht, das wäre ein Witz, dafür, dass du ein Jahr von einem Profi was lernen kannst und betreut wirst und ich auch noch einen psychologischen Hintergrund habe. Das heißt, ich kann dir bei dem Thema, was nachher wirklich dich am Erfolg hindert, weil Trading kann ich dir relativ schnell beibringen, ob du es umsetzen kannst, profitabel, das ist halt die Frage und das ist ein psychologischer Ausbildungsprozess. Das ist ein Joke, 2.000 Euro, aber ich realisiere jetzt, dass wir in dieser Umsonstgesellschaft leben. Amazon verschickt alles umsonst, auf YouTube gibt es alles umsonst, ich stelle meinen Morning Espresso rein, das Ding allein müsste eigentlich 200 Euro mindestens im Monat kosten als Subscriber Service. Ich wundere mich halt ein bisschen, ich habe aber gesagt, ich möchte Leuten helfen und ich werde Leuten auch helfen, weil ich bin ein bisschen erstaunt, es wird ziemlich viel Unfug ausgebildet von Einäugigen, die dann den Blinden was erzählen wollen und da möchte ich einfach anders sein, bin ich ja auch, Punkt. Ich sage einfach, so ist es, so gucken die Big Boys auf die Märkte und so wird gehandelt und wir handeln nicht gegen die Big Boys, wir handeln mit den Big Boys. Genug gelabert, zurück zum Chart, Neuseeland, Kanada. Also hier oben, das nennen wir Finish Business, hier liegt keine Liquidität, aber wir haben Liquidität hier und hier. Liquidität könnte man simplistisch sagen, sind Stops. Wir Banken agieren wie folgt, wir kriegen, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe ja eben gesagt, es gibt keinen Eigenhandel mehr, es gibt aber das Market Making noch und nehmen wir Dienstagnachmittag, wo die Theresa May etwas sagt, was fundamental zur Folge hat, dass das Fund nicht mehr so schlecht dasteht, wie in der Minute, bevor sie ihren Mund aufgemacht hat. Das ist eine fundamentale Veränderung. Jetzt stellt euch das bitte so vor, du sitzt als Händler vor deinen Achtbildschirm und dein erster Salesmann ruft dich an oder Salesfrau und sagt, ich brauche bitte eine Offer, Fund gegen Dollar. Da möchte jetzt jemand, ein großer Kunde, sagen wir einfach mal es sei Pimco, einer der größten Assetmanager der Welt oder BlackRock zum Beispiel und dann sagt er zu dir, ich möchte für 500, also 500 Millionen deine Offer, deine Offerte Kabel haben, also Fund gegen Dollar. Das bedeutet dann, ich verkaufe an den Kunden 500 Millionen Pfund, bekomme dafür den von mir gestellten Kurs in Dollar rein. Dollar ist aber am Dienstagnachmittag gefallen, das heißt, das was ich im Inventar habe, Dollar, fällt gerade, und das was ich gerade verkauft habe, nämlich Pfund, steigt gerade. Jetzt kommt der nächste Kunde, sagen wir mal, das ist die Allianz und er will natürlich genau dasselbe haben, weil der möchte auch seinen Trade nicht nur schließen, sondern drehen und auch der sagt mir in dem Moment, wo ist deine Offerte, Pfund gegen Dollar und so müsst ihr euch das vorstellen, weil die Allianz oder BlackRock oder Pimco oder wie sie heißen, das machen die nicht nicht nur bei meiner Bank, sagen wir mal, ich war noch bei Sockgen, sondern das machen die bei der City, bei der Deutschen Bank, allen Händlern passiert im Moment dieselbe Situation, dass wir Pfund, was teurer wird, immer mehr ins Minus gehen von unserem Inventar her und Dollar, das was billig wird, immer mehr reinbekommen. Diese Situation ist sehr, sehr schlecht für uns, sehr, sehr schlecht, weil wir auf diese Situation Geld verlieren und diese Bewegung hier, das ist ein Tag, das waren 3%, das war die größte Bewegung im Kabel seit 20 Jahren und deshalb ist am nächsten Tag auch nicht viel passiert im Markt, weil sich ganz, ganz viele große Institutionelle erstmal ihre verwundeten Pfoten lecken mussten. Interessant aber, wo wir abgeprallt sind. Okay, das war eine kleine Nebenbewegung über die Schwierigkeit, wie ein Marketmaker erarbeitet. Ich schaue mal gerade, der Wolf hat eine Frage, eine Sekunde. Ah ja, der Wolf sieht Head & Shoulders, okay. So, der Wolf sieht das hier, Head & Shoulders und er sieht, das war der letzte Swing, das sogenannte Passive Demand, das ist natürlich jetzt super anstrengend, weil diese ganzen blöden Fachausdrücke, also hier drunter, die Liquidität, die Stops, die hier lagen, die wurden hier rausgeräumt, da hat der Wolf absolut recht und er erwartet, dass wir hier oben abprallen. Das kann passieren, Wolf, wir haben ja noch ein paar Stunden, bis diese Woche vorbei ist. Was du siehst, glaube ich, ist das hier. Ist das richtig? Und du erwartest hier unter Umständen einen Widerstand. Wolf? Ja? Nein? Vielleicht? Er sieht also einen Aufwärtstrend, wobei ich sage, ich sehe eine Range, er könnte auch dann sagen, dass wir ein Inverse hätten in Schulters, ist es aber nicht, weil es kein Aufwärtstrend ist, wir gucken uns mal monatlich an, ja, ist für mich ein unerheiliger Markt. Ja, soll nach oben laufen, sagt der Wolf, genau richtig. Okay, fine, super, wir haben jetzt schon zwei Trader, die unter Umständen unterschiedlicher Meinung sind. Ich zeichne dir das Niveau ein, wir sehen ja gleich, was die Jungs machen, ja, Fakt ist, und da hat er recht, da hat er absolut recht, warte, ich muss kurz gucken, Fakt ist, wir hatten, ich mal, wo die Preisreaktionen waren, das zeichne ich immer ein, wobei das ein Wochenchart ist, das werden wir heute nicht sehen, ja, aber wir hatten eine Reaktion hier, Preis wurde abgewiesen, wir hatten die nächste Reaktion hier, Preis wurde abgewiesen, hier haben wir den Preis nicht mehr erreicht, abgewiesen, und das sind ja Wochen, von denen wir sprechen, hier haben wir Paycheck Liquidity, nennen wir das, also wir sind über einen Liquiditätspuffer, der in der Vergangenheit uns Händlern die Liquidität gegeben hat, um die Position zu drehen, Kunden wollten Short gehen, dann müssen wir erstmal den Markt hochziehen, damit wir in eine Position kommen, wo die Leute, die dann auf Ausbruch spekulieren, uns, wir wollen ja Shorten, uns Positionen verkaufen, beziehungsweise sie von uns kaufen, ich habe es falsch schon gesagt, sie kaufen von uns die Position, weil wir gehen Short, und ihr seht, die Reaktion ist dann Short, und zwar gewaltig, ja, hier unten auch Finished Business, so, ich sage, hier oben ist weniger Liquidität als hier, wir gucken uns das aber an, wir zeichnen erstmal nur den Chart ein, Wolf, so, jetzt sind wir auf dem Daily, Was sehe ich auf dem Daily Preisniveau? Hier hatten wir eine Linie, die kam aus dem Wochenchart, das war, ich gehe nochmal zurück, das war die Linie, die der Wolf hatte, genau, das war hier, wo er die linke Schulter sieht, und ich sehe, auf dem Tageschart, sehe ich im Moment nicht viel, also, ich würde es anders sogar machen, da wir hier drüber hinweggelaufen sind, ich würde sie hier hinziehen, das ist das Preisniveau, was für mich erstmal von Interesse ist, und ich habe hier ein Level, und hier ein Level, so, und diesen Level würde ich erstmal erwarten, Daily, kann ich hier unten noch irgendwas, das kann ich nochmal ein bisschen sauberer machen, das finde ich okay, so, alles keine, keine, noch kein Stress, alles ist erstmal gut, jetzt gehen wir auf den Einstundenchart, beim Einstundenchart, das finde ich interessant, aha, der Markt kommt langsam in eine Position, in eine Gegend, in der es für mich interessant wird, in dem wir, wir nennen es auf Englisch Decision Point, hier wird es eine Entscheidung geben, kennt ihr diese Pivot-Punkte, Pivot-Punkte könnten wir jetzt googeln, ich versuche es kurz zu erklären, das ist eine simple mathematische Formel, die basiert auf dem höchsten Kurs von gestern, dem niedrigsten Kurs von gestern, und dem Schlusskurs von gestern, und diese Pivot-Punkte sind simple Formeln, könnt ihr einfach Pivot-Punkte mal googeln, oder auf Englisch Pivot Point, das sind, ist eine ganz einfache Methodik gewesen, von früheren sogenannten Floor-Tradern, also das waren die Futures- und Options-Händler in Chicago, im sogenannten Pit, die da in dem Kreis stand, das gibt es ja nicht mehr, die standen im Kreis, und haben sich gegenseitig die Futures-Kontrakte um die Ohren gehauen, und institutionelle, große Kunden waren im Hintergrund, mussten dann einen Broker unten auf dem Floor anrufen, der hat die Order weitergegeben an seinen jeweiligen Pit-Trader, und dort wurde sie exekutiert, und das Interessante ist, das was der Chris oder ich machen, dass wir heute von zu Hause aus handeln, das geht nur über die Technologie. Früher hätten wir uns so eine Mitgliedschaft in Chicago kaufen müssen, hätten diese Handsprache erlernen müssen, und hätten unten im Floor gestanden, und uns gegenseitig die Kontrakte, wie gesagt, um die Ohren gehauen. Und diese mathematische Formel gibt dir einfach einen ersten, zweiten und dritten Widerstand, also auf einen ersten, zweiten und dritten Unterstützungslinie an, und wir nutzen es einfach als sogenannte Konfluenz, wenn wir also ein interessantes Preisniveau haben, wie hier, das haben wir aus dem Wochen- und Tageschart rausgenommen, dieses Preisniveau, bei 95,80 Aria, und wir sehen, bei 96 die Figur, haben wir heute ein Daily Resistance. Das bedeutet auch, unter Umständen haben wir eben aus der Vergangenheit noch gesehen, hier hatten wir eine Abweisung, der Markt wird hier eine Entscheidung haben, die Frage ist, wie reagieren die Big Boys hier? Fundamental ist Neuseeland Dollar Bullish, und gestern sagte der Gouverneur der Zentralbank von Kanada, es sieht doch vielleicht gar nicht so gut aus, er möchte sich die Option offen halten, wenn es zu Wirtschaftswachstumsschwierigkeiten kommt, die Zinsen nochmal runterzunehmen. Zinsen im kurzen Ende beeinflussen aber die Währung, steigen die Zinsen, steigt die Währung, geht eine Inflationserwartung nach oben, steigt die Währung, fallen die Zinsen, fällt eine Währung, also nehmen die Zinsen runter, oder sinkt die Inflationserwartung, dann geht die Währung auch runter. So, also Momentfrage, Jay soll nach oben laufen, Tivo 3, eventuell Volumenspitze. Ja, super, Heinz weiß schon genau, was er macht, Ausstieg aus Lohnen, aber wie lässt sich das in Volumenangaben bei Währung? Sehr gute Frage. Heinz sagt, Jay, du hast zwar hier Volumen, aber wir alle wissen ja, das ist kein Volumen, das ist Tick-Volume. Tick-Volume korreliert nur ungefähr 80% mit Volumen. Was meinen wir mit Volumen? Wenn du in Chicago die Futures-Märkte handelst, dann ist das 100% transparent. Jeder einzelne Futures-Kontrakt wird notiert. Wo ist gekauft, wo ist verkauft, wie viele offene Positionen gibt es, wer ist da long, wer ist da short, das ist 100% transparent. Währungshandel ist ein Inter-Banken-Markt-Handel. Das ist kein Handel, der stattfindet an einem börsennotierten Ort, sondern es ist ein Handel, der nur zwischen den Banken stattfindet. Wir erinnern uns bei Chris, bei JFD. Ich gehe mal ganz kurz auf die JFD-Broker-Seite. Ich hoffe, hier sehen wir irgendwo noch mal die Banken, die angeschlossen sind. Chris, wo habt ihr das? Die siehst du da nicht, die siehst du direkt auf dem Prime-Brokerage. Aber die siehst du auch im Post-Trade-Report. Also dann noch mal ganz kurz, wenn ihr euren Trade nachverfolgen lasst, dann im Post-Trade-Report sind auch alle Banks noch mal aufgeführt, die praktisch da die Kredite stellen können. Ich danke dir, Chris. Entschuldige, dass ich dir ein Wort ins Wort gebracht habe. Diese Banken geben das Tick-Volumen und das war eine super Bemerkung von Heinz. Dieses Tick-Volumen hat eine Korrelation von ungefähr 80% mit dem Volumen. Wenn du jetzt also bei Broker Kisbachhausen in Buxte-Rude-Nord ein Konto aufmachst und du willst dann Volumen und Preis in Abstimmung zueinander handeln, ist das weniger sinnvoll und relevant, was dir diese Preis-Bars anzeigen, als wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, hoffentlich ist JFD so, du einen Broker hast, der einen sehr hohen Marktanteil hat, der einen sehr großen Anteil von den sogenannten Flows sieht, weil dann ist diese Tick-Angabe, die du hier siehst, relevanter und wichtiger. Macht das erstmal Sinn für dich, Heinz? Übrigens, Jay, während du gesprochen hast, habe ich den Kiwi gerade mal schön versenkt mit einem Long-Trade, den ich nachher dann nochmal darstellen konnte. Warum und wieso? Hängt auch mit der Währungsstärke ein Stück weit zusammen und dann noch mit einem geilen Tool, was ich nutze. Aber die Stärke... Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr geil. Erstmal möchte ich nochmal ganz kurz für diejenigen, die gelangweilt sind oder die sagen, der springt so viel und so, ich möchte mich entschuldigen. Ich bin neu in diesem Business, normalerweise würdet ihr bei mir in der Bank neben mir sitzen als jemand, der von der Uni kommt und ich habe ein Jahr lang Zeit, euch auszubilden. Klar springe ich von A nach B, der Chris und ich haben kein Skript, wir sind auch nur Menschen, aber wir sind leidenschaftliche Händler. Ich bin auch leidenschaftlicher Mentor, aber es tut mir leid, wenn ich zu viele Sachen, die neue sind etc. pp. Danke für eure Fragen, ich bemühe mich, dass wir das für euch so interessant machen wie möglich. Kiwi-Dollar hat der Chris gerade gesagt und das siehst du eben an unserem Tool so super. Wir sehen eben hier, was bricht hier wo aus und welche Währungen geben wir Momentum... Ich stotter da noch manchmal. Du, pass auf, Jay, ganz kurz, bevor du da weitermachst. Also wie gesagt, ich denke nicht, das wird das letzte Webinar sein und auf jeden Fall geil und cool, was du hier an Skills rüberbringst und wie gesagt, wir bauen das jetzt weiter auf. Du kannst doch definitiv so fortfahren. Ich meine, die Leute sind, denke ich, sicherlich begeistert. Das sagt auch das Feedback gerade. Also fahr da fort, den Neuseeland-US-Dollar-Trade, den erkläre ich dann, warum ich den gemacht habe. Aber jetzt erst mal, fahr du erst mal vor, Jay. So, also was wichtig ist hier, das seht ihr auch an dem Tool, im Moment kommt diese Stärke, also wir sind genau in dem Paar, wo die Musik läuft. Das haben wir ja eben gesehen, Alligator-Maule geht auseinander. So, jetzt haben wir uns den Daily angeguckt und auch dieses letzte Swing High wurde rausgenommen. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist, wir nennen das Minus Development versus Positive Development, ist aber jetzt irrelevant. Das ist eine sogenannte J-Kurve und es ist eine sogenannte Stop-Kaskade. Wir haben also Stops, die über diesen Swing High lagen, über diesen Swing High, über diesen Swing High, die wurden ausgestoppt. Das waren Positionen, die waren Short. Wenn dein Short ausgestoppt wird, ist das ja ein Buy. Und diese Byes, die Beflügelnden befeuern gerade, diese Bewegungen gehen Norden weiter. Die Stops, die hier drüber lagen, befeuern die Bewegung weiter. Die Stops, die hier drüber lagen, befeuern die Bewegung weiter. Und das ist sehr interessant, weil diese Bewegungen nennen wir Compression. Compression seht ihr oft in drei bis vier sogenannten Pushes. Das sind Bewegungen. Das liegt an der Art und Weise, wie Banken Positionierungen fahren, in sogenannten Probes, in Stückelungen. Sehr, sehr häufig drei Stückelungen. Was schön und wichtig ist, ist, wenn Compression in ein Level reinkommt, dann können wir eine Balancezone entwickeln, in das Balance Area. Diese Balance Area hat Liquidität oben drüber und unten drunter. Das ist sehr, sehr schön. Da können wir als Bank wunderbar in einen Long drehen. Wenn jetzt aber so ein Move in diese Zone, in der ich eine Entscheidung erwarte, reinrast, mit einer J-Kurve, wirklich schnell reinrast, dann ist es hochinteressant, weil ich dann eine erhöhte Erwartungshaltung habe, dass diese Zone wieder krass oder schnell oder heftig abgewiesen wird. Aber diese Erwartungshaltung kann ich jetzt so in diesem Moment nicht, hier gibt es im Moment keinen Trade. Ich muss erst die Reaktion hier oben abwarten. Lass mich bitte kurz auf die eine Stunde gehen. Wir sind also hier jetzt wieder an einem Punkt, wo wir den R2 hatten. Ich möchte gerne das einfach mal ein bisschen kürzer machen und schauen, wo ist denn die letzte Bewegung. Die letzte Bewegung in der Stunde war hier durch den Pivot Point, den Daily Pivot Point, am R1 ungefähr in der Area abgewiesen worden, runtergekommen, Pivot Point aufgesetzt, hochgelaufen. Ich habe übrigens eine super Übung, die ich im Seminar mache. Ich zeige einen Chart ohne irgendwas drin und dann mache ich die Kurven weiß und dann nehme ich hier so einen Balken und dann sage ich und hier sagt Stopp und dann male ich einfach Linien ein und dann wechsle ich wieder um, dass man die Balken sieht und es ist erstaunlich, du triffst immer irgendwelche vermeintlichen Support oder Widerstandslinien. auch das erkläre ich ist ein psychologisches Phänomen. Das liegt an der Evolution unseres Gehirns. Wir sehen Linien, wo vielleicht überhaupt nichts Relevantes zu tun ist. Aber auf der anderen Seite kann ich nicht behaupten, dass Widerstand und Unterstützungslinien kompletter Humbug sind, weil Linien ja auch bei Preisen passieren und Preise, das ist wiederum sehr wichtig, Preise sind im Währungsmarkt eben im übertragenen Sinne Zinsdifferenziale. Hier geht es um den Zinsunterschied zwischen den Zinsen in Neuseeland und den Zinsen in Kanada. Und es ist so, egal welches, sagen wir mal, du bist Händler bei Staatsanleihen, wenn jetzt die Staatsanleihen in Deutschland nochmal 1% abwerfen würden, oder ich bin noch extremer, ich sage 2% würden sie abwerfen, weil wir haben in Europa im Moment letztes Jahr eine Inflationsrate gehabt von jährlich 1,7%. Wenn du also 2% Zinsen kriegen würdest, würdest du ja nach Abzug der Inflation 0,3% Gewinn machen. Diese 2%, das wäre tatsächlich auf dem Chart eine Linie, die du einzeichnest, weil da kommt unheimlich viel Nachfrage rein. Die ganzen Versicherungen würden das haben wollen, etc. pp. Also Widerstandslinien und Unterstützung sieht unser Gehirn überall, das mag aber nichts bedeuten, aber Widerstandslinien oder Stützungen, die im Grunde Preisniveaus sind, die im Grunde Zinsniveaus sind, die im Grunde Nachfrage oder Angebot sehen, die sind wiederum relevant. Und jetzt gibt es einen wichtigen Punkt, den ich euch ausbilden möchte, bevor ich mit der Chartanalyse hier weiter mache und wir nehmen dazu Market Profile. Ganz kurz mal in die Runde gefragt, wer von euch kennt Market Profile? Einfach mal ja, nein, wenn ihr möchtet. Wer von euch hat schon mal nein, nein, super, okay. I'm gonna change your fucking life now, okay. Jeder Markt ist eine Auktion. Ich glaube im Moment gibt es das, was ist, iPhone 7? iPhone 7 oder so, okay. Das ist jetzt die Auktion für iPhone 7. Ein iPhone 7 kostet, weiß ich nicht, neu, 800 Euro. Und wir sehen hier, ich mache es einfach mal ein bisschen größer, damit wir es besser sehen können, bei 800 Euro geht unheimlich viel um. Das ist wie eine Bellkurve, eine Bellkurve hat einen Bauch und da wo der Bauch ist, da findet am meisten Handel statt. Wir nennen diese Zone Fair Value. bei 800 Euro hat weder ein Verkäufer von einem iPhone noch ein Verkäufer, also weder der Käufer noch der Verkäufer eines iPhones haben bei 800 Euro einen wirtschaftlichen Vor- oder Nachteil. Hier ist der faire Preis für ein iPhone. Was könnte jetzt dafür sorgen, dass ein iPhone im Preis signifikant fällt? Signifikant fällt. Dann fällt mir zum Beispiel ein, das iPhone 8 kommt und das iPhone 8 kann noch mehr, kostet auch 800 Euro, kann aber irgendwie, was weiß ich, es sagt dir, wie viele Kalorien du dir heute zu dir genommen hast, wie viel du dich bewegt hast und gibt dir das perfekte Diät vor, die über neuen Lieferservice dir das fertig gemachte Essen sogar drei bis fünf Mal am Tag bringt. Das iPhone ist der Renner, es macht Leute schlank und hübsch und super und es hat eine Dating-App, was rausfindet, wer die perfekte Frau oder Mann für dich ist und stellt auch noch für euch in dem perfekten Ort ein Date vor und ihr bekommt auch noch euren Traumpartner. Das würde zur Folge haben, dass das iPhone 7 relativ schnell wertlos wird. Bei 800 will es keiner mehr haben, bei 700 will es keiner mehr haben, ich zeichne es einfach mal ein, der Preis von dem iPhone 7 würde fallen. Okay? Es würde immer billiger werden, bis irgendwann ein Preis erreicht werden würde, wo Käufer reinkommen. Und zwar wären das smarte Typen, die tonnenweise iPhone 7 kaufen und die auf dem afrikanischen Kontinent verkaufen. Die kaufen die hier für 100 und verkaufen die aber in Afrika für 200, machen gerade 100% Rendite, tolles Business-Modell, hier würden wir einen Bounce im Preis von iPhone 7 sehen. Ein Markt, jeder Markt, egal ob es iPhone ist oder Neuseeland gegen kanarischer Dollar oder Aktien, der Markt besteht nur darin gehend, den fairen Preis zu finden und das macht ein Markt über ein Auktionsmodell den ganzen Tag und wir laufen von einem fairen Preis, das hier wäre zum Beispiel im Moment der faire Preis, gestern war der faire Preis hier, vorgestern war der faire Preis, ihr wisst schon wohin ich damit will, ich möchte auch keinen langweilen, hier. Und der Markt testet immer die Extrempunkte nach unten und nach oben und es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir als Bankhändler einen Markt handeln, zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Hier sehen wir, dass der Fair Value steigt, eine Fair Value Zone, die steigt, lässt uns erstmal höhere Fair Value Zonen erwarten. Ich sage den Satz nochmal, Fair Value Zonen, die steigen, lässt uns erstmal höhere Fair Value erwarten. Ist das eine Garantie? Nein. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Markt jetzt zu handeln als Bankhändler und übrigens ein Bankhändler weiß immer, wo er seinen Exit machen will. Okay, ich rede manchmal sehr absolutismos, absolutistisch, kann natürlich nicht für jeden Bankhändler auf dieser Erde reden, entschuldigt bitte, ich bin in Köln geboren, wir lieben ja zu übertreiben die Rheinländer, aber einen höheren Preis, der muss getestet werden. Wo ist das? Die zwei Möglichkeiten in diesem Markt zu handeln sind entweder ein aggressiver Käufer hier zu sein, während wir aus der Value-Zone ausbrechen, sind wir ein Breakout-Trader, hier ist ein aggressiver Käufer oder aber ein passiver Verkäufer hier oben zu sein. Wer hat jetzt das bessere Chance-Risiko-Verhältnis? Normalerweise sind es diejenigen, die an Extrempunkten in einem Markt handeln. Die haben das bessere Chance-Risiko-Verhältnis. Das bringt mich zum nächsten Punkt, die Day-Trader, der Klaus zum Beispiel, die sind eher hier zu finden und die Swing-Trader, die Positionen über mehrere Tage, Wochen, Monate oder Jahre halten, die sind eher hier zu finden. Beispiel Euro-Dollar, wenn der Euro-Dollar, jeder quatscht ja über Parität und schreibt es auch, meistens Leute, die keinen einzigen Tag bei einer Bank gehandelt haben, wenn der Euro-Dollar unter Parität fällt, also 0,95, dann werde ich einen großen Chunk von meinem Geld nehmen und Euros kaufen, weil er dort fundamental nicht hingehört. Wir haben einen sogenannten Balance of Payment Überhang, das ist etwas volkswirtschaftliches, führt jetzt auch zu weit, das heißt fundamental ist der Euro-Dollar wertvoller, Fair Value ist nicht unter 1. Genauso ist es, wenn wir jetzt heute hier reinlaufen würden, dass es Marktteilnehmer gibt, die sehr groß sind und die sagen, 96,00, unsere ökonomischen Modelle sagen, da gehört Kiwi gegen kanadischer Dollar im Moment nicht hin und die hauen dann drauf. ist ein Konzept was ich euch beibringen will, ein Konzept, das ist keine absolute Wahrheit. Wir würden an diesem Extrempunkt in dieser Zone sehen wollen, was passiert. Und auch hier gehe ich zurück auf Pfund Dollar, auf den Einstunden Chart, um es euch zu zeigen. Ich mache das mal weg, dass wir hier schieben können. Pfund Dollar war, bevor die Rede von der Frau Mail losging, die Situation, dass wir hier oben eine Situation hatten, dass der Markt in dieses Preisniveau reingelaufen ist und abgewiesen wurde, auf sehr sehr hohem Volumen. Volumen ist immer, auf Englisch nennen wir das Effort und dann schauen wir, was macht Preis mit diesem Effort, was ist das Resultat. Das Resultat ist, dass wir abgewiesen wurden. Die nächste Situation am nächsten Tag, wo ist das höchste Volumen gewesen? Das höchste Volumen war hier, erst mal, als der Tag sich entwickelt hat und was hat Preis gemacht? Preis wurde abgewiesen. Das ist also auch eine Preiszone, die ich auf dem Radar haben möchte, die ich einzeichne. Danach war an dem Tag das höchste Volumen hier. Ich schaue mir so an, was hat der Preis hier gemacht? Oh, der Preis ist noch mal in diese Zone reingelaufen und wurde hier aber ganz klar abgewiesen. Ich hoffe, ihr seht das. Volumen nennen wir sogenanntes Topping Volume. Dieses Volumen nennen wir Aggressive Sellers. Hier war, das ist jetzt leider dieselbe Farbe, entschuldigt mich, hier war eine Balance Zone, sowas wie Fair Value und die Aggressive Sellers, die Day Trader, die Breakout Trader, die sind hier reingekommen. Das war Aggressive Selling. Und ihr Target, ihr Target ist erst mal die nächste Zone, wo eine Decision dem Markt abverlangt wird. Und wo ist die nächste Balance Area gewesen? Die nächste Balance Area war ungefähr hier und wo ist der Markt hingelaufen? Hier. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist ja alles hinterher, Jay und toll und blau. Ja, ich kann dir das live jeden verdammten Tag zeigen und das ist genau, was der Markt macht. Wenn du fundamental weißt, was los ist, welche Geschichte gespielt wird und wenn du dann den Chart lesen kannst, dann weißt du vorher, wo diese Zonen sind, wo der Markt eine Reaktion machen wird. Wir wissen also hier, dass der Markt insgesamt, die großen, die Big Boys, short positioniert waren. Am Sonntag war ein Artikel in der Sunday Times, am Dienstag wird Premier Minister May den Artikel 50 erläutern, das ist dieser Artikel im Maastrichter Vertrag, der ausgeführt werden muss oder der gezogen werden muss, damit du eben aus der EU austreten kannst, was ja bei der Griechenland-Rettung noch behauptet wurde, unmöglich ist. Aber okay, jetzt fange ich gleich an, wirklich politisch zu lernen. Okay, also diese unkompetenten Penner haben halt dann irgendwie gesagt, Dienstag geht's los und es wird super negativ sein und die Big Boys haben den Markt hochgezogen, weil die Kunden wollten short sein und konnten dann Short-Positionierungen umsetzen, indem sie hier die Liquidität genutzt haben und hier oben die Liquidität und wir haben dann gesehen, Verkäufer kamen rein, Zone wurde nochmal getestet, auch hier erhöhtes Volumen, interessanterweise, was war die Reaktion hier? Hier war so eine Gegenbewegung, hier war ein bisschen Stopping-Volume. Nichtsdestotrotz, overall, kannst du auch an diesem Commitment of Traders Report sehen, war der Markt short-positioniert. und dann wussten wir, hier oben sind die Shorts, hier oben sind einige Long, das sehen wir wie gesagt, was passiert? Die Rede kam und die ganzen Shorts wurden aus dem Markt rausgedrückt und der Markt lief in einer J-Kurve bis zu einem Punkt, wo eine Entscheidung fällig war. Am nächsten Tag war es so, dass Trump dann den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, der Dollar ist zu stark und das führte zu einer Gegenbewegung und dann wurde tagsüber noch gesagt, dass HSBC, größte Bank in Europa, eine der größten in der Welt, sein Headquarter von London verlegen möchte und Tausende von Jobs nach Paris bringt und gestern sagte Goldman Sachs, sie wollen 3000 Jobs in London dicht machen und mindestens 1000 nach Frankfurt, aber auch einige nach Polen etc. Das führte dann zu dieser Gegenbewegung Pfund. Jetzt kannst du sagen, ich bin reiner technischer Trader, mich interessiert dieser ganze fundamentale Quatsch nicht, dann handel du nur technisch, wenn du fundamental und technisch zusammen kombinierst, wird es sehr schwer für dich unheimlich viele Verlust Trades in Folge zu haben. Nutze doch einfach die fundamentalen Treiber, kombiniere das mit deinem technischen Ansatz und verdiene mehr Geld. Es gibt ja gar keinen Grund, das Fundamentale außen vor zu lassen. Diese J-Kurve kennen wir doch irgendwoher, oder? Ach ja, genau, richtig, Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar. Also, wir sind aus der Value-Zone und testen jetzt Preisextreme. Preisextreme sehen wir, wenn sie abgewiesen werden, bei der Distributionskurve, als, wenn das der Bauch ist, dann sind das hier extreme Preisniveaus. Wir nennen das Single Print, ist aber auch egal, wie wir das nennen, wir zeichnen es einfach mal ein und ihr seht, dass das in Zukunft relevant wird. Preis wurde abgewiesen, Single Print und diesmal ist Preis wie Butter hier durchgegangen. Ha? Kenne ich doch irgendwoher? Ja, woher kenne ich es denn? Ich kenne es von hier. Hier war so eine Value-Zone und die ist, wir nennen das Clean Rejection, die wurde rejected, wir sind einfach durchgeschossen. Balance oder Extrempunkte durchgeschossen? Das war ein Extrempunkt, durchgeschossen. Ich habe übrigens einen guten, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich habe ein kurzes Video ganz spät gestern Abend noch produziert, wir nennen das hier ein Fast Market, wie du in einen Fast Market reinkommen kannst. Geht auf meine Webseite j-medra.com und dann unter Blog und dann könnt ihr dort das Video euch ansehen oder subscribt einfach zu meinem YouTube-Kanal. Immer wenn mal gute Fragen kommen, Entschuldigung, das ist eine Wertung, wenn eine Frage kommt, wo ich der Meinung bin, dass ich ein gutes Video daraus machen kann, dann mache ich das und ich habe jetzt auch gelernt, auch durch meine Werbeagentur. Eigentlich darf ein YouTube-Video nur dreieinhalb Minuten sein. Ich weiß nicht, wie du Wissen in dreieinhalb Minuten vermitteln kannst, aber ich bemühe mich. Ich glaube, das war jetzt acht Minuten oder so. Auch mein Morning Espresso, der war früher fast eine Stunde, guckt sich keiner an. Die Dinger müssen dreieinhalb Minuten sein. Ich bin mal gespannt, wie das geht, weil ich kenne keinen Trader, der dreieinhalb Minuten lang so viel erzählen kann. Du kannst einen Trade in drei Minuten erzählen, aber manchmal ist es ja doch ein bisschen mehr Erzählenswertes im Markt. Zurück zum Neuseeland-Kanalischer Dollar. Also, diese Extrempunkte werden später wieder relevant werden. Das nennen wir ein Role-Reversal. Was kann also kommen? Nur jetzt mal grob eingezeichnet. Was kommen kann, ist so eine Geschichte. Könnte ein Szenario sein, aber auch jedes mögliche andere Szenario, was denkbar ist. aber diese Role-Reversals, also was mal Widerstand war und dann hier clean rejected wurde, das wird noch mal angetestet. Der zweite Punkt ist, hier ist den Market Maker in der Markt weggerannt. Das heißt, auch hier müssen wir unser Inventar noch mal balancieren. Wenn wir die Chance bekommen, hier noch mal runter zu handeln, werden wir da runter handeln. So, hier sind die aggressiven, Käufer aus der Balance rausfahren hier und die passiven Verkäufer liegen hier oben. Du kannst also in jedem Chart, wenn du ihn dir aufmalst und wenn du ihn zu lesen verstehst, ein Bild machen, wer ist jetzt aggressiv long und wer wird irgendwo passiv short sein und werden diese Short Sell Limit Orders in der Lage sein, die aggressiven Kauforders, die hier reinkommen, komplett aufzubrauchen. Wir nennen das ein Verbrauchen von Liquidität. Dann geht der Markt hier durch oder wird es zu sogenannten Stopping Volume führen, dass hier also mehr Verkaufs-Limit Orders liegen, als Kauf-Markt-Orders reinkommen, Market-Buy-Orders und dann wird der Preis abgewiesen werden. Der Unterschied zwischen einem Day-Trader wie mir, der den ganzen Tag davor sitzt, der sehr geduldig auf diese relevanten Preisniveaus wartet, und dann das Volumen liest und die Preisreaktion liest und dann gehe ich rein. Es hat nichts, Sippo, Nada, Nullinger, überhaupt gar nichts mit irgendeinem Indikator zu tun. Kein Bankenhändler hat, nochmal, ich habe keinen ausgebildet und ich habe keinen gesehen und ich selber auch nicht, wir nutzen keinen Indikator. Gib es nicht. Es ist mir wurscht, was die Indikatoren sagen. Es ist eine Auktion. Ich muss einfach verstehen, wo ist Value, wo ist ein Unfair Upper Edge, ist also ein unfairer Vorteil für die Verkäufer, sagen wir, der Preis würde hier abgewiesen werden. Warum wird der Preis hier abgewiesen? Warum? Nicht, weil hier ein Pivot Point ist, sondern, weil 0,9560, sagen wir mal, ein unfairer wirtschaftlicher Vorteil für den Verkäufer ist. Da gehört das iPhone 7 nicht hin. Es wird dann abgewiesen. Bis sich woanders wieder eine Fair Value Zone ausbildet, wo sogenannte Two Way Trade stattfindet, zwei Wege Trading und dort ist Fair Value dann wieder. Genau das Gegenteil. Was war hier, lass mich ganz kurz gucken, ob wir es irgendwo sehen, was ist zum Beispiel an diesem Punkt hier passiert? An diesem Punkt seht mal, was hier für massives Stopping Volume reingekommen ist und die Reaktion vom Volumen, die Reaktion waren steigende Preise, hier war ein unfairer wirtschaftlicher Vorteil für Käufer. Die Balance Zone, die sich danach ausgebildet hat, war irgendwo hier. Seht ihr das? Two Way Price. Wenn wir jetzt hier unser Market Profile drauflegen, dann würden wir hier sehr wahrscheinlich den Belly sehen und hier hätten wir wieder ein Single Print in dieser Gegend hier, weil der Markt wurde dann hier abgewiesen und das ist interessant, testete diese Balance Zone fast an und wurde hier abgewiesen, testete die ehemalige Fair Value Zone an, wurde dann abgewiesen, testete die ehemalige Fair Value Zone an, wurde dann abgewiesen und dann kam es zu dem, was wir Accepting Higher Prices nennen. Higher Price Acceptance, die neue Value Zone war dann hier oben, der Markt hat dann Compression gemacht, die ganzen Verkäufer langsam abgearbeitet, aggressive Verkäufer als auch passive Verkäufer wurden abgearbeitet, bis wir hier oben wieder eine neue Balance Zone Fair Value ausgebildet haben. Und was habe ich euch beigebracht? Higher Balance, Higher Fair Value impliziert mit einer leicht höheren Wahrscheinlichkeit, zusammenpassend zum fundamentalen Bild, höhere Preise. Genau das ist passiert. Hier war die letzte, hier war die nächste Fair Value Zone, die sie ausgebildet hat. Zeichnen wir ein. Höhere Preise. Upper Edge, Lower Edge, höhere Preise. Das hier im Moment war Upper Edge, zurück zu Fair Value, das hier wäre weiterhin Bottom Edge gewesen, ehemals Fair Value wäre jetzt Bottom Edge. Wir haben wieder etwas, was ich euch schon beigebracht habe, nämlich den sogenannten Single Print. Hier ist nichts passiert. Hier ist ein Single Print. Da ist der Preis ein Clean Rejection durchgeschossen, deshalb gab es hier nur eine ganz kleine Anhäufung im Volumenprofil oder Market Profile, aber der Preis wurde abgewiesen, Clean Rejection, ABC, in den ehemaligen Single Print. Wenn du also nur mit Market Profile arbeitest, kannst du dein Trading schon profitabel machen. Nur das. Das Problem ist, wenn du diese saulangweiligen Bücher kaufst, du wirst irre, das alles zu lesen. Dann reden sie von P-Formation und B und Doppel-B. Ein Bankenhändler hat eine Aufmerksamkeitspanne von 90 Sekunden. Also, das macht keiner. Ich muss es den Jungs und Mädels so erklären, dass sie schnallen. Deshalb, iPhone zu teuer, geht dahin, wo es wieder billiger war. iPhone zu billig, geht wieder dahin, wo Fair Value ist. Aggressive Käufer hier, aggressive Verkäufer unter Value, aggressive Käufer über Value und dann hoch zu dem nächsten, wo liegen die passiven Verkäufer, wo liegen die passiven Käufer. Die Linie machen wir wieder weg. Jetzt gucke ich ganz kurz mal die Fragen. Wo findet man denn dieses Tool für den MT4? Mehr als drei Minuten. Man zeigt das Volumen, das Volumen des Brokers, das Volumen des Gesamtlands. Okay, Stefan. Das ist Market Profile, ist leider kein Volume Profile. Volume Profile gibt es nicht umsonst. Beides gibt uns aber ähnliche Preisniveaus. Jetzt versuche ich ganz kurz mal Paint aufzumachen. Ich mache das da zu klein. Ich versuche jetzt mal ein paar Fragen zu beantworten und ich entschuldige mich nochmal, dass ich springe. JJ, das ist ja vollkommen in Ordnung. Die Fans oder die Zuschauer und die Fans vom Forex-Markt sind hier voll auf der Höhe und sind da bereit, dir da auch mit den Sprüngen zu folgen. Und wie gesagt, wir werden das sicherlich auch weiter ausbauen oder anknüpfen. Ich denke, dein Wissen ist so komplex, dass wir das definitiv auch noch in einiges anderes packen können. Aber jetzt wollen wir erst mal sehen, was es mit dem Market auf sich hat. Im Übrigen, den Indikator gibt es. Also ich habe einen, allerdings lädt der auch viel ein. Also wenn man, sage ich mal, fünf Währungspaare hat und den Indikator drauf, dann kann es sein, dass der Metatrader schon viel zu rechnen hat. Aber Google gibt es her, den Market Profile. Also es sei denn, du hast deinen, aber den kriegst du, also den Metatrader Indikator, den gibt es da wirklich umsonst im Web. Jetzt mache ich was ziemlich Hässliches. Ich versuche es zu malen. Es tut mir leid. Ja, also wir fangen einfach mal hier an. Dann ist jetzt Preis. Wie nennt man das? Ein Line-Chart, ne? Mhm, Linien-Chart, richtig. Die wenigsten, also nicht die Masse an Informationen, aber doch hilfreich. Schade, dass ich kein Alkohol trinke, wäre sonst besser. So ein schönes Movement. Volumen. Volumen. Volumen sehen wir ja immer hier drunter. Also machen wir Volumen hier drunter. So würde dein Indikator das ja anzeigen. Das Volume Profile funktioniert mit Buchstaben und das Volume Profile liest quasi 30 Minuten lang. Was ist bei diesem Preisniveau? Sagen wir einfach, hier ist ein Preisniveau. Ja, super. Habe ich den? Ja, ich kann es nochmal verschieben. In diesen 30 Minuten, wie oft hat da dieser Preis gehandelt? Ja, also 30 Minuten an dieser Preis und dann gibt es hier ein A. Habe ich jetzt keinen Bock, das zu malen. Hier, nächsten 30 Minuten, wie oft hat der Preis hier gehandelt? Einmal, zweimal, dreimal, viermal? Dann gäbe es hier viermal ein B. Hier, wie oft in 30 Minuten hat der Preis hier gehandelt? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal? Dann gibt es hier zigmal ein C. Und was du dann an Ausformung hast, ist, und jetzt mache ich genau das Volumen, das Volumen seitlich dargestellt, wäre dann so. Hier ist ein bisschen öfters gehandelt, der Preis. Hier ist er nur einmal gehandelt, ein sogenannter Single Print. Und hier hat er ganz, ganz oft gehandelt. So, und hier hat er ein bisschen weniger oft gehandelt, und hier hat er noch ein bisschen weniger oft gehandelt, und hier hat er so gehandelt, und hier hat er so. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Ihr habt dann am Ende die sogenannte Bell-Kurve. Eine Normaldistribution von Preis. Normale Distribution. 70% hier, das hier nennen wir die sogenannte Value Area, das hier ist Top Edge, der obere Rand, und das hier ist Bottom Edge, der untere Rand. Nichts anderes zeigt er dieses Volumenprofil an. Volumen unten drunter, unten drunter unter Markt. Bei so einem Extrempunkt würden wir Stopping Volume sehen. Das wäre so riesig groß. Und hier bei diesem Ausbruch zum Beispiel, da wäre es zum Beispiel unheimlich wichtig, dass wir ganz wenig Volumen sehen. Oder weniger Volumen, kein Extremvolumen. Den hier müssen wir noch größer machen. Es muss extremes Volumen sein, sonst ist es kein Topping Volume. Und die Kerze, die wir hier sehen würden, wäre höchstwahrscheinlich so eine Kerze. Auch das ganz übertrieben dargestellt, damit ihr es seht. Auf dem Low geschlossen, riesen Pin nach unten. Das ist eine Reversal Candle und die nächste Candle macht vielleicht dann sogar hier auf und fällt weiter. Und der Markt, wo ist unsere Erwartungshaltung, wo fällt der Markt hin? Unsere Erwartungshaltung ist, dass er wieder in Value zurückfährt. Von Top Edge zu Value. Wenn er durch Value sauber durchläuft, wie hier, dann und dann Value nochmal abweist, dann ist unsere Erwartungshaltung, dass wir den Bottom Edge nochmal antesten. Und ein Markt handelt immer, immer, immer von Value zu Value zu Value zu Value zu Value. Er sucht immer Value. Punkte, die Single Prints waren, die abgewiesen wurden, können nochmal aufgefüllt werden. Das heißt, ein Markt versucht, jedes Volume Profile zu einer Bellkurve auszubauen. Darf ich mal ganz kurz einen Kaffee trinken? Chris, vielleicht kannst du mal ein, zwei Sachen sagen. Oh, warte mal. Ich gucke mal ganz kurz, was wir für Fragen hatten. Ja, kurz nochmal die... ...Market Profile googeln. Googeln gibt es überall. Verstehe ich die Antwort richtig, das Volumen jedes Liquiditätsanbieters Brokers anzeigt. Richtig, Stefan. Wenn du also bei Aldi Brokers dich einloggst und da dein Konto aufmachst und Aldi Broker hat nur die Deutsche Bank anhängend, dann ist das Tickvolumen, was dir da angezeigt wird, nicht so relevant, als wenn du jetzt, ich sage jetzt mal ganz wohlwollend, und ich kenne JFD nicht von den Brokern her, das soll nicht... Verstehe Sie, aber JFD hat eben super große, wichtige Banken mir gezeigt. Die sind alle angeschlossen, das Modell ist cool. Das bedeutet, dann wäre natürlich die Volumenanzeige, die du bei JFD Brokers bekämpfst, viel, viel relevanter als bei Aldi Broker, der nur mit einer einzigen Bank zusammenarbeitet. Da, da, Jake, das ist eigentlich eine super Herleitung. Stefan, die Frage werde ich dir gleich mal mit drei PowerPoint-Slides kurz beantworten. Auch, ich will mal kurz, nur kurz mal hier dir zeigen, wie unser Liquiditätspool arbeitet. Das sieht nämlich so aus, unser Ablaufsystem, wie das abläuft, was das einzelne hier ist. Genau, du holst dir mal einen Kaffee, ich erkläre euch das gerne mal, wie das mit dem, sag ich mal dem, Jay, bevor du gehst, jetzt ist Jay schon weg, glaube ich, hier sitzt nämlich Jay. Nee, nee, ich bin da, ich hab ja den Kaffee hier. Perfekt. Jay, du musst mal ganz kurz mir den Bildschirm wiedergeben, sonst habe ich das Problem. Oh ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Vielleicht über der Zeit, aber eine gute Viertel, halbe Stunde können wir noch machen. Jay, ganz vorab, bis du mir den Bildschirm gibst, du musst auf Mitarbeiter gehen und dann rechter Mausklick, genau. Und dann würde ich sagen, also wir machen 14, 15 weiter, erst mal so vorab als Info für alle, oder? Jay, ist das okay? Also wir warten mal ab, was die EZB sagt. Es war halt super viel und ich entschuldige mich dafür und wir haben halt jetzt auch nicht, ich wollte ja mal den ganzen Morning Espresso Prozess zeigen, aber im Grunde genommen, ihr wisst es schon, ich lese halt, ich zeige auch gerne heute Nachmittag, wenn ihr mich erinnert und ich schreibe es mir auch nochmal auf, Free Tools, wo ihr halt so ein bisschen verfolgen könnt, was der Markt gerade spielt und dann schaue ich mir die Overnight News an und ich weiß, welche Fundamentaldaten kommen und durch diesen Stärke gegen Schwäche Indikator, den uns der russische Programmierer, also für meine Trader gebaut hat, können wir halt schon mal sehen, wo spielt die Musik und dann lesen wir diesen Chart aus, wie ich das jetzt eben mal gemacht habe, eben ganz normal über Market Profile oder Volume Profile, brauche ich schon gar nicht mehr, ich sehe es schon mit dem Auge, du liest den Chart aus, gut, letztendlich wünsche ich mir natürlich, dass jemand auf Seminar kommt, damit ich die Einstiegs- und Ausstiegskriterien genau erklären kann, etc. pp. aber das müsst ihr mir verzeihen, das ist ja logisch, das ist ja schließlich mein Wunsch, mit euch zusammenzuarbeiten und euch eben dieses Handwerk, diese Ausbildung von A bis Z sauber beizubringen. Ich glaube nicht, dass das jetzt sinnvoll ist, hier zu behaupten, ich könnte euch in zwei Stunden 21 Jahre Trading-Erfahrung vermitteln, das geht nicht. Ich kann euch aber gute Einblicke geben und ich hoffe, dass ihr realisiert, dass das kein Bullshit ist, den ich mache. Das ist, this is my life, ich liebe das, ich bin Profi, ihr könnt euch angucken, wann ich in meiner Facebook-Gruppe Sachen poste, das ist um 1 Uhr nachts und um 2 Uhr nachts, ich sage nicht, dass das nötig ist, um Geld zu verdienen, um Gottes Willen, ich bilde ja quasi so ein Feierabend-Konzept aus, weil ich ja genau weiß, du musst aus der Sicherheit, aus deinem Job heraus dieses Handwerk erlernen, musst dann aber stetige Renditen erwirtschaften und wenn du nach einem Jahr siehst, okay, ich schaffe das, vielleicht auch nach zwei Jahren, oder selbst wenn es drei wären, es wäre doch wurscht. Wenn du dann siehst, okay, jetzt habe ich das psychologische Trading-Gehirn ausgebildet, jetzt traue ich mir das zu, dann machst du einen Business-Plan, jeder von meinen Tradern, die weitergemacht haben, haben einen Trading-Plan und der nächste Schritt ist dann ein Business-Plan, um deinen Berufwechsel zum vollzeitigen Trader eben mit Hand und Fuß zu planen und dann umzusetzen. Und dann kannst du das leben, wenn du das möchtest. Das ist absolut realistisch, ein Beruf für jeder andere auch. Nur, dass das Einkommen in der Theorie nach oben hin nicht gecappt ist. So, jetzt übergebe ich an dich. Entschuldige bitte. Nein, 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 nein. Die Leute, wie gesagt, wir lesen ja im Chat, dass es auch super informativ ist und das habe ich mir ja genauso erwartet, Jay. Im Prinzip hatte ich auch Webinare. Peter, Peter muss weg. Danke, dass du dabei warst, Peter. Ciao, ciao. Wie gesagt, das hatte ich mir ja genauso erwartet. Im Prinzip halte ich ja auch schon genug Webinare, wo ich Monologe halte, mehr oder weniger. Also, die Interaktion mit dem Chat ist natürlich nur einerlei, aber wenn man zu zweit ein Webinar aufzieht, dann ist es immer schön, wenn man einen Pendant hat, der eben auch reichlich Content liefert. Und das tust du. Im Prinzip lausche ich auch deinem Gesang, kann nebenbei sogar noch ein bisschen Mailing abarbeiten und auch noch Trades absetzen. Also, wenn ihr Interesse habt an dem Kiwi-Trade, dann schreibt es das kurz rein, dann erkläre ich euch das mal, wie ich dazu gekommen bin, den Trade zu machen. Bezieht sich auch wieder auf viele Statistiken, die ich nutze. Und das ist so ein bisschen auch, nachdem was Jay sagt, ja, wir haben hier einerseits Möglichkeiten, den Markt natürlich nach klassisch-technischer Analyse zu covern. Das funktioniert aber auch für meinen dafür halt nur beschränkt. Wenn man den Fundament-Part dazu nimmt, ist das sehr, sehr wichtig. Ich nehme mit Vorliebe noch einen algorithmischen und auch einen statistischen Part dazu, der mir heute den Kiwi-Trade sozusagen einverleibt hat. Und den, ich sehe es gerade, wollt ihr sehen? Den zeige ich euch auch gleich. Ich will nur ganz kurz auf Stefans Geschichte nochmal eingangen wegen dem Ecosystem beziehungsweise dem Bankenpool. Jay kennt bedauerlicherweise JFD noch nicht so sehr. Er weiß aber, dass ich mit JFD schon lange verbandelt bin. Was auch, wie gesagt, mich wundert es nicht, dass er nicht kennt, dahingehend, dass JFD eben keine aggressive Marketing-Werbung macht oder auch irgendeinen Ferrari sponsert oder beziehungsweise eine Formel-1-Auto sponsert so rum oder einen großen Fußball-Club. Es gibt einige Broker, die das tun, um Kunden anzulocken, aber das kostet Millionen und die Millionen, meine lieben Leute, die werden sicherlich auch von den Kunden entsprechend genommen. Moment, ich will keinen Broker hier in Abrede stellen. Es gibt viele Market-Maker-Broker, das heißt Broker, die eine Market-Maker-Lizenz haben, die auch durchaus real am Markt ausführen. Aber hat man eine solche Lizenz, kann man eben die Preise ins eigene, oder besser gesagt, die Orders ins eigene Buch nehmen und eigene Preise machen und man, ja, mit Verlaub, wenn man weiß, dass die statistische Quote bei 80% liegt, dass der Kunde Geld verliert, ist auch der ein oder andere versucht zu tun. Ja, das muss man ganz klar sagen und JFD Brokers hat keine Market-Maker-Lizenz. Wir dürfen noch nicht mal sowas machen, das heißt, wir sind zu dem Agenturmodell verpflichtet, was ich euch gleich mal zeigen werde, was das ist, wie das funktioniert bei JFD und wie ich selbst seit über vier Jahren bei JFD Brokers only handle und sehr, sehr zufrieden bin. Neben dem, dass wir hier eben die Core-Spreads haben, die aus dem Interbankenmarkt zukommen und wie kommt der Interbankenmarkt zustande, das ist das, was eben vorhin die Frage war, das ist unser Pool plus Hedgefonds, also man sagt auch so eine Art Dark-Pools, das sind eben, sagen wir mal, Schrägstrich, milliardenschwere, sage ich mal, Händlerabteilungen und Algos, Quant-Systeme, die hier dann sozusagen im FX-Liquiditätspool mitspielen und die handeln nicht nur die Pipette, die Pipette ist die fünfte Nachkommastelle bei einem FX-Pair, die meisten Broker machen auch den Schindluder, zeigen euch zum Beispiel nur vier Nachkommastellen beim Euro-S-Dollar zum Beispiel, das ist natürlich die größte Farce schlechthin, wenn es die Pipette gibt, ähnlich wie bei der Tankstelle, ist es die fünfte Nachkommastelle und die Big Banks handeln sogar noch ein Stück weit hinten raus, also im Prinzip ist es einfach nur ein Riesen-Business, Tatsache ist, die großen Banken und das ist das, was uns wichtig war, sind hier die Liquiditätsanbieter, die Preise kommen von diesem Banksystem und wir haben hier den Client-Terminal, das sei jetzt ihr, wir haben hier Ask & Bid als Preisstellung sozusagen und wir haben mit dieser Bridge es geschafft, den Metatrader zu öffnen, denn der Metatrader selbst, Metatrader als Handelstool, war nicht dafür gemacht, einen freien Markt zu generieren, das ist mehr oder weniger direkt ein Market Maker Tool Anfang der 2000er gewesen, aus der russischen Seite wieder, um ehrlich zu sein, Metatrader ist ja ein russisches Grundsatzunternehmen, die verkaufen ihre Metatrader-Lizenzen weltweit, hatten sicherlich den definitiv besten Ideen, einen Fall damals, Ende der 90er, Anfang 2000, den Metatrader als Plattform zu launchen, um eben Forex dem Retail-Markt zu öffnen oder im Umkehrschluss dann im Nachgang auch CFDs einzuführen, aber letztlich alles ein reines Market Maker Modell, mit der Bridge, zu deutsch einfach Brücke, haben wir den Austritt aus dem Metatrader-Universum geschafft und haben hier durch ein Aggregatoren-System, was ist das? Das sind im Prinzip Technologie-Systeme, die wie ein Bus-System funktionieren, die automatisiert aus dem Liquiditätspool, und wir sprechen hier über 20 Top-Banks, also Tier-1-Banken plus Nebenbanken plus Hedgefonds, hier jeweils den besten Ask und besten Bit raussuchen und das eben im Millisekunden-Takt. Das heißt, je nachdem, in jeder Millisekunde, wo ein Preis gestellt wird, suchen die Bus-Systeme, die Technologie-Systeme den jeweiligen besten Bit und Ask und das führt auch dazu, dass es manchmal auch einen Spread von Null gibt, weil im Prinzip eine Bank den Ask auf dem Level stellt und eine andere Bank den Bit auf dem gleichen Level und das kann in dem Moment dann dazu führen, dass es sogar Spreads von Null gibt, das muss man ganz klar wissen und wenn das eben so abläuft und das führen wir hier durch den Post-Spread-Execution-Report eben 100% nach, ihr seht, wo ist die Order hingegangen, an welchen Liquiditätsprovider, wann ist die da hingegangen, zu welchem Preis wurde die ausgeführt, gab es positive, negative Slippage, wie ist die Order abgehandelt worden und all das lest ihr auf dem neunseitigen Report zu einem Trade und das ist auch nur der Trade, der rausgeht oder reingeht, also bei Forex spricht man ja auch immer von Half-Turn und Round-Turn, das heißt, wenn ihr einen Trade abfeuert, geht er rein in den Markt und wenn er zurückkommt, ist es dann praktisch wieder der Rücklauf und ihr könnt den Ausgangs-Trade und den Inside-Trade sozusagen dann mit zwei Post-Trade-Reports komplett nachverfolgen. Allerdings sollte man das nicht auch je bei jedem Trade machen, sondern nur, wenn sich Fragen aufstellen nach dem Motto, bin ich hier fair ausgeführt worden, ist der Spike wirklich real gewesen. Tatsächlich ist es aber auf dem Hintergrund so, dass wir jetzt hier, wenn wir das Ecosystem sehen, bei uns, zeige ich euch jetzt mal das Ecosystem bei Market Makern. Das sieht so aus, meine lieben Leute. Dealing Desk, eine eigene Handelsabteilung, das heißt, der Preis, den ihr bekommt, der ist vielleicht indikativ an den realen Preis angelehnt, aber der Preis findet nie seinen Weg ins wirkliche Universum des Marktes, sondern der wird in-house aufs eigene Buch abgehandelt und was hier passiert, meine lieben Leute, ist, dass der Broker an euren Verlusten verdient und das ist ein riesen Interessenskonflikt, den wir uns aufgrund der Market Maker, aufgrund der fehlenden Market Maker Lizenz schon mal gar nicht stellen können, sondern wir sind verpflichtet, den Trade durchzuruten und das ist genau das, wofür wir stehen und warum wir eben auch eben hier organisch in den letzten fünf Jahren gewachsen sind und Jay, wir sind sehr beliebt bei Family Offices und kleinen Vermögensverwaltungen, weil die genau das zu schätzen wissen und eben auch dann über den Eckpunkt der Partnerschaft Kommunikation, Vitamin B, ein bisschen reden, wen kennst du, wo handelst du, sozusagen dann früher oder später tatsächlich bei uns landen und du glaubst gar nicht, wie viele Interessenten ich seit kurzer Zeit bekomme, weil es zwei Broker, die auch in Deutschland gelistet sind, gibt, die derzeit ein bisschen Schabernack treiben in Sachen Preisausführung und das hat wirklich eine Welle zu uns geschlagen, die ich nur willkommen heiße, weil nämlich, wir können profitieren, wenn profitable Händler zu uns kommen und ich sage mal, Family Offices und größere Vermögensverwaltungen haben natürlich Interesse für ihre Kunden Gelder zu verdienen und sind eben auch aus dem Bereich des Bankings und des Finanzwesens und die gehen mit Risk und Money Management natürlich exorbitant klug um und sind natürlich auch prädestinierte Kunden, um hier sozusagen profitable Accounts zu erwirtschaften. Das führt auch dazu, dass wir im Durchschnitt die größte Kundeneinlage bei Metatrader vier Konten haben. Wenn man nach Amerika guckt, ich sage jetzt mal Oanda zum Beispiel, ist jetzt ein Broker, der weit über dem Horizont liegt, da ist die durchschnittliche Kundeneinlage 500 bis 1.500 Euro, also rund 1.000 Euro, Quatsch, Dollar in dem Fall, rund 1.000 Dollar je Kundeneinlage und bei uns bewegt sich das zwischen 9.000 und 11.000 Euro. Das heißt, wir haben fast ein zehnfaches Mehr an Kundeneinlage im Schnitt. Das führt dazu, dass wir im Prinzip auch da eben auch die Kunden ansprechen, die nicht nur größere Einzahlungsvolumina haben, sondern auch die Kunden, die eben profitabel handeln wollen und profitabel handeln, was eben zu so einer größeren durchschnittlichen Size führt, weil eben auch viele Vermögensverwaltungen dranhängen und das ist uns sehr, sehr wichtig, immer wieder zu kommunizieren. Was wir aber nicht machen, ist eben zu unterscheiden zwischen einer Vermögensverwaltung mit, sage ich mal, 50 Millionen Euro oder 10 Millionen Euro und einem Kunden, der mit 500 Euro kommt, meine lieben Leute. Wenn ihr kommt zu uns mit 500 Euro, kriegt ihr denselben Interbank-Zugang wie die Vermögensverwaltung. Denselben. Ihr kriegt genau diese Core Spreads. Bei uns gibt es nicht ein VIP-Konto oder ein Silberkonto oder ein Goldkonto oder wenn ihr jetzt mit 20.000 Euro Einzahlung kommt, ein Goldkonto, Platinkonto, so ein Quatsch. Das ist ja eine Diskriminierung am Kunden. Warum ist denn der eine besser gestellt als der andere? Völliger Käse. Bei uns gibt es ein Kontomodell für alle. Egal wie hoch die Einzahlung ist und das ist auch so ein Grundsatzprinzip, um hier keine Diskriminierung durchzuführen und deswegen, ich schicke euch einfach mal, ich schreibe auch unter meine Analysen und Jay hat es vorhin ja auch gesagt mit dem Euro-US-Dollar-Trade. Ich habe gestern dazu was geschossen, kommt die Parität. Auch hier alles ein bisschen metaphysisch mit solchen Harmony-Pattern. Das geht jetzt ein bisschen weiter her. Auch ich denke, wenn die Parität kommt, ist das die Kaufchance des Jahrhunderts. Abgeleitet durch so ein bisschen Mystik, sage ich jetzt mal. Okay, hier Fibonacci, ein Tool, da kann man dran glauben oder nicht. Letztlich diese Muster eignen sich dazu, konträre, also gegen den Trend Position einzugehen und das Muster zeigt sich hier schon seit vielen, vielen Monaten und spekuliert drauf, dass im Bereich der Parität, wenn wir denn da hinlaufen, eine größere Umkehr erfolgen könnte und ich sehe neben dem, dass der Value vom Euro definitiv nicht so tief aufgesiedelt ist wie hier dargestellt, dass es praktisch auch sogar weiter in Richtung 0,90 und tiefer gehen könnte, sehe ich den Euro auch als große Überraschung 2017-18. Ich denke, wir gehen hier stark nach oben. Die Effekte, wie gesagt, da können wir noch ein bisschen spekulieren. Ich würde es mir wünschen, dass wir die Parität doch noch sehen, weil dann, und da wiederhole ich mich gern, sind die Untergangsgesänge zum Euro, wahrscheinlich auch in der Bild-Zeitung zu lesen, nach dem Motto, Euro dem Untergang geweiht, jetzt gleich viel Wert wie der Dollar-Untergang hier und da und das ist genau der Moment, wo man gegen den Mainstream reinspringen muss. Dann kaufen wir, mein Freund, dann geht es, dann kaufen wir. Also ganz, ganz sicher. Ich muss sagen, den Chart, den zeige ich schon seit einigen Monaten und wenn wir die Parität sehen sollten, dann bin ich wirklich dabei, auch wirklich hier einen mittelfristigen Long-Trade einzugehen, den ich auch dauerhaft halte. Was habe ich aber heute Morgen gemacht, meine lieben Leute? Ich habe euch gesagt, ich schaue gern auf Statistiken und Rahmendaten und da habe ich ein Tool, da habe ich neulich auch ein Webinar zugemacht, das ist auch wieder ein bisschen mystisch, nennt sich Fuzi Vectorlogic. Im Prinzip ist das ein Tool, was mir hier sämtliche Währungspaare filtert nach dem 24-Stunden-Modus oder Haupthandels-Session 7 bis 22 Uhr und um es einfach zu machen, dieses Tool vergleicht Pattern, in dem Fall Bar-Candles, ähnlich einer Candlestick, Open, High, Low, Close, vier Daten, die da einfließen in so einen Bar-Chart, sieht halt ein bisschen simpler als eine Candlestick aus, hat aber die gleichen Dateninhalte und das Tool macht folgendes, das Tool scannt den Markt nach Pattern der Vergangenheit, ab 2000, bei manchen Währungspaaren sogar noch früher, das heißt, die letzten 17 Jahre werden hier gefiltert und jeden Morgen zwischen 5 und 7 erhalte ich hier Signale, die mir sagen, okay, das Währungspaar XY ist bullisch, rein statistisch, weil in den vergangenen 17 Jahren trat ein Pattern auf, was im Durchschnitt zu einer Trefferquote von 73,5 mit einer Häufigkeit von 551 Erscheinungen im Schnitt zu einem Aufschlag von einem Prozent beim Kiwi, Neuseeland Dollar, US-Dollar führte. Okay, das heißt, es sagt mir dieses Tool, dass heute statistisch ein guter Tag ist, Long im Kiwi zu sein und dann nehme ich mir, weil es doch so fein ist, auch noch eine Wochentagsstatistik dazu, die mir hier einfach sagt, okay, was ist denn eigentlich ein bullischer Wochentag bei diesem Währungspaar? Da gehe ich drauf, suche mir das entsprechende Währungspaar aus, lasse mir anzeigen, was wir heute haben, heute haben wir Mittwoch und bumms, 61 Prozent positive Schlusspreise an einem Mittwoch, äh Quatsch, Entschuldigung, an einem Donnerstag beim Kiwi während der letzten 17 Jahre. Das Ganze kann ich dann auch nochmal auf die 7 bis 22 Uhr Zeit runter Münzen, jetzt müssen wir nochmal schauen, ob das passt. Da sind wir nur bei 52 Prozent, aber im Schnitt auch ein positiver Handelstag. Das reicht mir als Information. Okay, der Tag ist Bullish, das Pattern ist Bullish, was mache ich? Ich nehme mir den Chart. Okay, hier haben wir die Price Action, ich habe den Trader auch direkt schon mal reinlaufen lassen. Das ist im Prinzip das Chart Fenster, was ihr vorhin auch auf meinem Monitor gesehen habt, also das heißt, hier ist meine Trading Station. Das, was ihr jetzt seht, habe ich sozusagen auch gleichzeitig hier auf meinem zweiten Rechner, mit dem ich jetzt das Webinar mache, hier nochmal adaptiert. So sieht das letztlich aus. Das Tool hier oben kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, hängt nämlich auch mit Statistik zusammen, was mir dann im Prinzip auch Folgendes beschert hat, nämlich zu sagen, okay, der wird wohl weiter anziehen. Tatsache ist, wir haben hier, wie Jay vorhin schon darstellte, sein Tool, was ich wirklich zu schätzen weiß, weil neben dem Trend Trading, was ich beim Rainbow Trading ja mache, hatte ich vorher eben auch ein Tool, was indikativ hier ableitend auf dieses Tool, das Tool hier im Übrigen, die Zahlen nicht verwirren lassen, das Tool scannt 148 Indikatoren im Timeframe M15 nach überkauft, überverkauft und gewissen Parametern und die Werte sagen mir einfach, über 50 wird es bullisch, unter 50% wird es bärisch. Zwischen 50 und 50 ist es im Prinzip ein neutrales Pattern, Neuseeland Dollar, US-Dollar hier mit 63% sozusagen in einem bullischen Modus und das kann sich hochschaukeln bis 99%. Im Prinzip, wie gesagt, rein indikativ, Indikatoren und darauf hatte ich auch früher eine Währungsstärke Geschichte laufen, aber das jetzt hier mit den einzelnen Währungspaaren gefällt mir, oder nicht Währungspaaren, sorry, mit den einzelnen Währungen gefällt mir noch viel, viel besser, weil wenn ich jetzt die Rahmenbedingungen der Statistiken kenne, hier zum Beispiel auch einen Wert von über 50 habe, dann schaue ich mir entweder wie Jay das gern macht im kurzfristigen Trading den M5 an, wenn ich aber die Fuzi-Vektor-Logik handele, die mir ja hier ein Pattern auf Tagesbasis ausspuckt, dann gehe ich gerne auf den 15 Minuten Chart, weil ich den Trade unter Umständen einfach mal ein bisschen länger halten will. So, hier haben wir jetzt folgendes Fenster, was ich nutze, hier haben wir die Asia-Session, hat sich, also jetzt kommen wir so ein Stück weit neben den statistischen Rahmendaten eben zu den Hard Facts und hier haben wir im Prinzip jetzt die Asia-Session, 30 Pips, wir haben in durchschnittlichen eine Schwankungsbreite die letzten 14 Tage von 82 Pips, das heißt, rein technisch gesehen kann es hier heute mit Abschluss der Asia-Range beim Kiwi, oder hätte es sein können, das hat es ja genau gemacht, im Prinzip hier nochmal einen Aufschlag geben können von 32, 52 Pips, okay, so, jetzt gehen wir mal ein Stück weit in den Chart rein, dem Wissen, dass wir hier noch genügend Range haben und das heißt einfach, es gibt währungsstarke Tage, wo die Währung hier, wenn wir uns das nochmal kurz angucken, bei der Währungsstärke, hier der Kiwi auch, die knallen da nach oben, da interessiert die durchschnittliche Range überhaupt nicht, ja, was bewegt sich das Paar in den letzten 10, 14 Tagen, das interessiert den großen Markt gar nicht, wenn das Geld gedreht wird, wie das auch vorhin beim britischen Fundo S-Dollar dargestellt wurde, dann läuft das Ding einfach mal 3, 400 Pips nach oben, 3, 4 Prozent und schießt sozusagen durch die Decke, aber im Pareto Prinzip, im großen Mittel, bewegt sich zu 80 Prozent der Preis eben doch in dem Durchschnitt und das war der Punkt, wo ich gesagt habe heute, okay, der Trade wird für mich interessant, weil der Kiwi generell über Nacht schon stark war, aus der Asia-Session ausgebrochen ist, zudem betrachte ich wochenhoch, markante Hochlevel, vormonatshoch, vormonatstief, vorwochenhoch, vorwochentief, das sind Level, die wurden vom Markt gemacht und das ist Price-Action-Niveau und wenn wir hier zum Beispiel gesehen haben, dass der schon mal versucht hat, hier auszubrechen über das Wochenhoch der Kiwi, dann aber wieder zurückkam, dann fand ich es umso spannender, wenn er das nochmal versucht und gleichzeitig den von vorhin, vom Jay angesprochenen Pivot-Point, ich nenne das Ding Fingerabdruck des Vortages, wenn der den Pivot-Point überschreitet, dann dreht sich der Bias durchaus in eine andere Richtung und genau das ist passiert und ich bin genau hier in den Trade reingesprungen, mein Ausgangsstopp lag hier unten, ich habe so eine Art Trailing-ATR-Stopp, der hier mitläuft bei 21 Pips und jetzt habe ich nichts anderes gemacht als mein Take-Profit, der hier bei knapp 44 Pips liegt, also um ein CRV von 2 zu 1, sehr komfortabel, mit einem CRV von 2 zu 1 braucht man noch nicht mal eine Trefferquote von 50%, um hier erfolgreich zu sein, dauerhaft, nein, die braucht man nicht, weil man immer das Zweifache versucht, vom Einfachen zu verlieren, also wenn man Einfachen verliert, versucht man einfach, das Zweifache zu verdienen, in dem Fall hatte ich hier eine perfekte Ausgangsbasis zum Chance-Risiko-Verhältnis und habe mein Take-Profit auf das statistische Tageshoch im Bereich 0,71,98, was ist das hier, 0,71,98 gelegt, genau auf diese Range, die mir im Schnitt sagt, der Kiwi steigt 82 Pips im Schnitt, der Kiwi ist bislang 84 Pips gestiegen und das war das statistische Setup, was ich hier einfach abgespult habe, ich habe einen Pattern gehabt, einen positiven Wochentag, eine Währungsstärke, ein Überspringen des Pivot Points, habe mir ein Target ausgesucht, was im Vergleich zum Risiko lukrativ erscheint und genau das Ding hat er hier punktuell angelaufen, ich meine, das ist ein Sahne-Trade, sowas findet nicht täglich statt, aber genau solche Trades muss man spüren, sehen und dann gibt es nur eins, mit Risk- und Monetary Management können wir kontrollieren, dass wir beständig am Markt bleiben und dann kann man nichts anderes machen als abfeuern und wenn der Markt das gut meint, dann passiert genau das, was wir heute hier gesehen haben, der Markt läuft in den Take-Profit und nahezu eine Punktlandung in Sachen des statistisch errechneten Hochs, wie gesagt, es hätte auch anders laufen können, der hätte das verfehlen können, dann wäre der Trail jetzt hier nachgelaufen, dann wäre ich selbst jetzt sozusagen mit diesem Trade in einem Absicherungsniveau, der Stopp würde jetzt hier automatisch geführt bei 0,71,64, okay und entweder dreht der Kiwi jetzt hier nochmal irgendwo davor ein und schießt vielleicht noch weiter hoch, das kann heute Nachmittag alles passieren, ja oder aber er geht hier unten durch, hätte mich aus dem Trade geholt und bummst ihm aus, ich habe gestern auch einen Trade gehabt, Euro-Yen, ich weiß gar nicht, ob ich den in meinem Stream gepostet habe, der Witz ist einfach nur der, dass der letztlich, habe ich den hier gepostet, also wurscht, im Grunde genommen hatte ich das frühest beim Devisenradar auch gecovert, den Trade, genau hier die Idee, Euro-Yen, ja, hier hatten wir auch ein bullisches Pattern, einen bullischen Handelstag, letztlich, der Trade ging in die Grütze, aber auch mit einem nachgezogenen Stop, mit einem Risiko von, ich habe glaube ich noch ein 0,2 R, also wenn man ein Risiko, also das ist wieder so ein bisschen Trading-Sprache, im Grunde genommen, mein 1 R ist 0,25, 0,35 vom Depot, ja, das sind im Prinzip hier diese 21 Pips, Risiko, ja, wenn der Trade aber nachtrailt, also das ist mein Startrisiko und alle 15 Minuten, je nachdem wie der Trade sich entwickelt, wird der Stopp ja enger, ja, mein Risiko verkleinert sich also, beim Euro-Yen bin ich gestern mit einem R von 0,2 rausgegangen, also mit einem minimalen Risiko letztlich aus dem Trade geflogen, weil es einfach nicht funktioniert hat, das hätte heute beim Kiwi genauso sein können, dass der praktisch nicht funktioniert, aber ich habe trotzdem durch das Nachtrailing des Stopps mein Risiko sukzessive verhindert und am Ende entscheidet der Markt, ob der Trade was wird oder nicht, letztlich, wenn es gut läuft, fein, gestern aber will ich gleich nochmal die Hose runterlassen, hat es im Prinzip nicht funktioniert, da war der Trade im Prinzip einfach nicht mit diesem Target versehen, trotz des Bullischen Wochentags, trotz des Patterns, es funktioniert nicht immer, das heißt, man kann sich hier bedienen an was und noch und nöcher, ich meine, Jay wird wahrscheinlich jetzt auch schmunzeln mit der Fuzi-Vektor-Logik, das ist auch so ein bisschen, wo man sagt, okay, kann man damit jetzt wirklich arbeiten, ich sage ja, das Tool kenne ich schon sehr, sehr lange, man muss aber auch hier diszipliniert vorgehen, man sieht ja hier auch viele, viele Währungspaare, die hier alle Pattern aufweisen, Euro-US-Dollar 7,22 zum Beispiel, heute Bullisches Pattern, sogar hier das Startpattern am EZB-Tag, haben wir sogar mit 580 Erscheinungen Euro-US-Dollar, hochinteressant, aber was mir hier wichtig ist, passt die Währungsstärke auch dazu, passt dazu, dass das große Geld auch diese Pattern-Richtung spielt, dann schießt der Markt auf ein neues Level hoch, passt das zusammen, kann man hier einfach auch, sage ich mal, an diesem Trade partizipieren, im Sinn der Rahmenbedingungen, die man sich als Trader selbst stecken muss und dann muss man seine Checkliste einfach nur abarbeiten und ganz diszipliniert und kopfausgeschaltet den Trade durchführen und eben nicht emotional werden, what the fuck, wie Jay auch manchmal zu sagen pflegt, glaube ich, wenn es eben schief geht, der Trade nichts wird, dann ist das einer von, möglicherweise 1000 Trades, spielt überhaupt keine Rolle in der Bilanz, wichtig ist einfach, dass man sich an seinen Setup hält und das kann wie auch immer geartet aussehen, das, was Jay hier vermittelt, das ist schon ein sehr, sehr hohes Level, was wir hier vermitteln mit den statistischen Quoten, das ist auch wieder eine Geschichte, wo man sagt, taugt mir das, taugt mir das nicht, ihr braucht es aber ein gewisses Rahmen, Corset, wie ihr euch an den Märkten bewegt, zum einen den fundamentalen Background, um das Big Business zu verstehen, dann aber, wenn ihr in die kleinen Zeitebenen gebt, wie könnt ihr denn hier an dem einen oder anderen Bewegungsimpuls partizipieren und jetzt gebe ich noch einen oben drauf, ich habe jetzt hier noch den Vector Bull, das ist genau so ein Tool, wie der Forex Bull, den ich auf Tagesbasis nutze und zwar zeichnet mir das Ding hier, statistisch rückwirkend, einen theoretischen Verlauf des Kiwis voraus, ja, also hier von gestern Abend, beginnend, wenn ich das Tool hochlade, dieser blaue Fall, ihr seht es ja, das ist die Tendenz für heute Nachmittag, das heißt, wir haben hier im Prinzip ein starkes Level während der European Session, zur Mittagszeit sehen wir dann die wahrscheinlichen Hochs, das hätte heute eigentlich 0,72, 0,73 irgendwas sein können oder könnte es sogar noch sein, wir sehen es ja hier von der Zeitebene, aber jetzt denke ich mal, rein von diesem statistischen Pool und der betrachtet hier sozusagen auch die vergangenheitsbezogenen Preisentwicklungen und packt das mit der Saisonalität zusammen, spricht grundsätzlich vom positiven Handelstag, aber das mögliche Hoch haben wir heute schon laut diesem Tool gesehen und das Hoch hätte ich hier, wie gesagt, bei 0,72 irgendwas ansetzen können, genauso nach der FUZI Vector Logik hier, die mir das Hoch beim Kiwi auf 0,72,40 sogar datiert, hätte ich es ansetzen können, aber ich möchte noch ein bisschen mehr Realität und habe mir hier einfach sozusagen die statistische Schwankungsbreite aufzeigen lassen mit dem theoretischen Hoch und das hat heute mal super gepasst, heißt aber nicht, dass der Kiwi jetzt im weiteren Tagesverlauf nicht doch noch das Vortageshoch oder das Vormonatshoch attackiert, ja, das heißt, das kann ja alles noch kommen, dass der hier wirklich noch nach oben schießt und den Overrange-Tag hinlegt, dann haben wir mal eben 150 Pips beim Kiwi gemacht, kann alles kommen, ist mir aber völlig wurscht, das Setup in der European Session stand, wurde abgehandelt, was jetzt passiert, interessiert mich nicht die Bohne, wir schauen eh jetzt dann aufs EZB-Meeting und da kann eh viel im Euro-US-Dollar passieren, respektive im US-Dollar, was dann wiederum auch Einfluss auf den Kiwi hat, Neuseeland-US-Dollar, wir warten mal ab, was zur PK passiert, wie gesagt, ihr seid alle recht herzlich eingeladen, 14.15 Uhr, nochmal mitschreiben, über denselben Einwahllink, hier nochmal zu uns zu kommen, 14.15 Uhr und dann werden wir nochmal zwei Stunden sozusagen draufsetteln auf das, oder zweieinhalb Stunden, auf das bisher gehörte Gesehene, wir sind jetzt ja auch schon zweieinhalb Stunden wieder zu Gange, wenn ich mich nicht irre, oder sind es dreieinhalb, jetzt muss ich mal recht an Achtung. Bevor du verabschiedest, gib mir nochmal ganz kurz ein Screen, weil es super passt zu dem, was du gezeigt hast, vor allem in deinem Kiwi-Trade. Auf jeden Fall. Von daher, Chance-Risiko 2 zu 1. Ich will es nur kurz machen, die Leute wollen ja wahrscheinlich auch zum Lunch. Richtig, wir ja übrigens auch, ich habe dann übrigens noch einen kleinen Zahnarzt-Termin, der hoffentlich harmlos wird, aber das soll uns nicht davon abhalten. Also wie gesagt, ich gebe dir auf jeden Fall gleich nochmal die Slides, aber jetzt mal grundsätzlich hier sozusagen abgebacken, wie JFD abhandelt, und wer uns testen will, da will ich euch gleich nochmal einen Tracking-Link reinstellen, es gibt eigentlich nur eine Wahrheit und das ist die des Testens und auch da lassen wir die Hosen runter. Insofern, dass wir einfach sagen, wer noch nicht Kunde bei uns ist, eröffnet hier zwanglosen Demokonto, da draufklicken, Bums, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, uns Viva Demokonto zu testen. Live ist natürlich par excellence, aber wenn ihr euch testen wollt, verbrennt kein Geld real, findet erstmal eure Settings und die Demokonten bei uns, die könnt ihr hier unbegrenzt nutzen, es gibt keine 30-Tage-Begrenzung, es gibt auch keinen Sales, der euch dann nach 14, 15, 20 Tagen penetriert, ihr müsst jetzt unbedingt ein Live-Konto haben, einfach testen und das ist die beste Disziplin, die wir uns auferlegen und da könnt ihr einfach an uns rangehen. Wie gesagt, hier Demokonto-Account, den Tipp gebe ich euch, wenn ihr nicht eh schon Kunde bei uns seid, das muss einfach mal erlaubt sein. So, jetzt gebe ich den Monitor dann mal an Jay zurück, Jay versucht dich so 10 Minuten, 15 Minuten zu halten, weil wie gesagt, wir sind schon deutlich über Range in Sachen Zeit. Das eine war bei deinem Kiwi-Trade, warte mal, habe ich schon den Screen wieder? Los, mein großer. Show my Screen und ihr seht wahrscheinlich das Boot jetzt. Siehst du das Boot, Chris? Yes. Okay, also Kiwi-Trade, ganz kurz mit Market Profile, das fand ich eben interessant, hier zeigt er automatisch die Linie, wo Value war, das habe ich jetzt einfach mal mit so einer horizontalen Linie eingezeichnet und Value war hier, habe ich auch eine horizontale Linie eingezeichnet und diese Linie kommt, ich glaube vom Daily, ja genau, vom Daily. Also wir sehen drei Linien, die vom Market Profile kamen, die kamen aus dem Daily, die kamen aus dem Market Profile, die kamen aus dem Market Profile, ja, hier war also Value, hier war Value. Value wurde abgewiesen, wir haben hier neues Value ausgebildet und heute kam wie gesagt dieser Trade und in der J-Kurve habe ich gesagt, J-Kurven werden irgendwann relativiert und wo war Ende und das ist das Tolle, Ende war da, wo vorher Value war, Fair Value war hier und hier war Ende und da musste eine Entscheidung getroffen werden vom Markt. Entweder ein sogenanntes Clean Rejection und deshalb fehlt hier im Grunde der ADR, genau was du auch hast, Chrissy, um zu sehen, wie viel Luft hat das Ding denn, wenn, um hier eine Rejection zu haben, hätten wir quasi einen fundamentalen Grund haben müssen, der so signifikant ist, wie am Dienstag im Pfund gegen Dollar, dass auf der einen Seite die May etwas sagt, was den ganzen Markt verändert und der Trump etwas sagt, was die Dollar Rallye zum Stoppen bringt. Das war fundamental so krass, dass du halt eine Bewegung die stärkste in 20 Jahren bekommen hast. Hier diese Bewegung ist einzig und allein ein Carry Trade, heute Nachmittag ist EZB und da mussten die Leute, wer auch immer, wer auch immer hatte noch was zu tun und hat gesagt, ich gehe hier nochmal in den Carry Trade und diese Bewegung stoppte und du hast es ja bei dir super gezeigt, am ADR High. Also da, wo statistisch zu erwarten war, das Ende sein kann und du siehst hier, ist auch noch Value gewesen vom Vorzeig und von vorgestern und du siehst, der Markt wird erstmal abgewiesen, hohes Volumen und die Reaktion, das ist der Effort, Effort versus Result und Result ist erstmal abgewiesen zu sein. Das habe ich gesagt, wenn etwas abgewiesen wird, dann geht es in Richtung Value oder hier Pivot Punkt oder hier war eine Balance Area, das können wir sehen. Ich weiß, du willst jetzt schön sagen, glaube ich, aber dann, ganz kurz, aber der Witz ist, siehst du, wir sind eigentlich fast zum selben Schluss gekommen, ich habe jetzt das Profile nicht drin, aber wir haben im Prinzip, wir sind zur gleichen Schlussfolgerung gekommen, dass da irgendwo knapp unter 0,72, jetzt haben wir ja am Optionsmarkt auch noch 0,72 als kleines Level vielleicht, das ist jetzt beim Kiwi, ist doch jetzt auch nicht so die Maßgabe, aber ich sage mal, da haben wir noch eine Round Number, das ist am Forex-Markt auch geil, genau wie DAX 10.000 oder Allianz-Aktie 100 Euro, das sind runde Level, da schaut der Markt drauf und da haben wir im Prinzip wirklich eine Area, die sich aus verschiedenen Punkten ableiten lässt, aber unterm Strich kommen wir alle zu dem Punkt da oben, entweder kommt da wirklich ein richtiges Movement oder der Preis wird erstmal abgewiesen. Also Gewinnmitnahmen beziehungsweise Teilverkäufe, was auch immer, das hängt wieder vom Money-Risk-Management ab, sollten in dem Bereich definitiv durchgeführt werden und jetzt, gerade Money-Risk-Management, zeige uns mal, was du mit deinem CAV uns bieten willst. Genau, richtig. Du hattest eben 2 zu 1 gesagt und ich habe gesagt, im Grunde fange ich ja an, für die, die nicht Day-Trading direkt umsetzen können mit so einer Art Feierabend-Trader, wo du halt Swing-Trades machst, die Regeln sind sehr simpel und auch da, ich gehe mit einem Chance-Risiko von 1,5 für die rein in einem Lernschritt, weil ich erstmal möchte, dass die Teilnehmer möglichst häufig ein Erfolgserlebnis haben, um motiviert zu bleiben und weiterhin in die Charts zu sehen. Wir sind ja in dieser alles-um-sonst-Welt heute und wenn ich sofort irgendwie ich mit der Wunderpille 10 Kilo abnehme, dann habe ich keinen Bock mehr, die Pille zu nehmen. So, hier ist es aber so, das ist ein Monte Carlo-Simulation aus einem Excel-Sheet, das war das Excel-Sheet und ich wollte nur Folgendes zeigen. Wir arbeiten in einem Beruf, wo alles am Ende passieren kann. Wir unterliegen der sogenannten Zufälligkeit des Marktes. Wir können mit verschiedenen Techniken und Methoden, fundamental und technisch unbedingt, sehr gute Prognosen abliefern, die wir dann auch handeln müssen. Wenn du sie nicht handelst, wenn du einen guten Trade dir geplant hast und ihn nicht umsetzt, bist du bei einem psychologischen Problem. Wenn du einen Verlierer hast und du dann anfängst, sogenanntes Rache-Trading zu betreiben, hast du eine psychologische Herausforderung, an der es mit deinem Mentor oder Coach zusammen gilt, dann zu arbeiten. Das Autodidaktisch hinzubekommen, ist quasi schwierig. Was ich hier zeigen möchte, das ist Startkapital 10.000, was auch immer, sagen wir mal Euro, Risiko pro Trade ist 1%. Du hast nur 50% Gewinner. Nur jeder zweite deiner Trades 50% Gewinner, das ist ja auch das, was du sagtest. Ein Top-Trader, der einen guten Prozess sauber abspult, Tag ein, Tag aus, hat ungefähr ein Hit-Ratio von 60%. Hatte ich heute Morgen gesagt, sind immer noch 4 Verlierer. Da dein Gewinner aber 2 zu 1 Chance, Risiko hat, ist es hier so, obwohl du 12 Verlierer in Folge hattest, hast du in dieser Periode von, wie viele Trades waren es hier, 100 Trades steht hier, einen Profit gemacht, nämlich 2448 Euro Gewinn. Du hast 12 Verlierer in Folge gehabt und trotzdem war dein Prozess sauber implementiert und du kommst ans Gewinner raus. Ein Lernschritt bei mir ist zum Beispiel, dass Teilnehmer 100 Trades nach einem bestimmten Regelwerk abarbeiten müssen. Müssen, nicht können, müssen. Der Klaus hat über 400 Trades abgearbeitet, 500, weil er hat 5 Lernschritte durchgelaufen, deshalb hat er auch 6 Monate gebraucht, bis seine Trader-Ausbildung für ihn erstmal komplementiert war. Alles, was jetzt kommt, nächstes Wochenende, ist icing on the cake. Er hat nämlich ein Trading-Gehirn. Er kann mit dem Zufall umgehen. Er schafft es, auf zweierlei Weise auch 12 Verlierer auszusitzen. Man muss dazu sagen, er ist Musikprofessor und Profimusiker, Drummer, die trainieren knüppelhart und ich war Infanterie-Airborne-Soldat. Wir trainieren knüppelhart. Wenn du aus solchen Backgrounds kommst, wo du es einfach gewohnt bist, konsequent weiterzuarbeiten an dir, dann schaffst du es eben, sowas auch auszusitzen. Oder er hat mich, dann arbeite ich mit ihm oder wer auch immer in so einer Situation. Aber solange dein Setup stimmt, aber die Marktstruktur eben nicht mehr dafür sorgt, dass diese Targets erreicht werden, ist aber nichts mit deinem Setup dran schuld. Dann brauchst du einfach jemanden mit mehr Erfahrung, der dir im Moment sagen kann, wir haben ein sehr diffiziles Marktumfeld, im Moment bringt es nichts, auf Ausbrüche oder große Targets zu setzen, ist besser, wir machen jetzt Range-Trading-Techniken. Das ist die große Kunst am Ende zu unterscheiden, wann sind wir in Märkten, wo große Targets erreicht werden, wann sind wir in Märkten, wie wir zum Beispiel Q2 und Q3 vor allen Dingen letztes Jahr hatten, Entschuldigung, Q3, das war ja Horror, das war absoluter Horror. Geringe Volatilität, unheimlich schwierig, langfristig Geld zu verdienen, da mussten wir umstellen von Ausbruch-Techniken auf Range-Bond-Techniken. Das war mein abschließendes Wort zum Sonntag. Wenn du so ein Chancen-Risiko-Verhältnis fährst von 2 zu 1 oder 1,5 zu 1 und das konsequent durchziehst, dann kannst du selbst bei 17 Verlierern in Folge oder 12 Verlierern in Folge am Ende von deinem Handelsjahr immer noch Plus haben und das soll eine positive Message an euch sein, dass Trading mit Zufall irgendwo am Ende auch zusammenhängt. Viele Anfänger kaufen ein System oder ein Mentor oder sonst irgendwas, haben einen Verlust-Trade und sagen, das ist alles scheiße und kaufen sich das nächste System oder sonst was. Das System ist irrelevant. Theoretisch brauchst du nur mal einen Indikator nehmen und immer stärker gegen Schwäche handeln mit einem Ausbruch-System und würdest im gegebenen Marktumfeld am Ende des Jahres Geld damit verdienen. Du kannst aber auch eine Münze werfen, morgens Euro-Dollar long, Kopf oder Zahl, bei Kopf kaufe ich immer Euro-Dollar, Gewinner sind immer 20 Pips, Verlierer 10 Pips. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass du nach 250 Handelstagen Profit hast und das nichts mit fundamentaler Sonstung ist. Das ist eine statistische Herangehensweise an den Markt. Wenn du das aber kombinierst, diese statistische Herangehensweise ist für mich, schlecht ausgesprochen, sorry, ein rein psychologisches Trainingstool. Wenn du dann dein Gehirn endlich mal dahin hast, dass du diesen Zufall, dass dir ein Gewinner egal ist und ein Verlierer egal ist, dass du weg bist von diesem, der einzelne Kiwi-Trade muss heute gewinnen, weil es muss gar nichts. Es gibt irgendwen im Markt, der hat die noch größere Position und dann ist eben Ende. Punkt aus Mickey Mouse. Oder Trump tweetet irgendwas, der ganze Markt wird wieder auf dem falschen Fuß erwischt, dann war es das eben wieder. Aber wenn du das Trading-Gehirn hast und dann ist mir egal, ob du Vektorlogik nimmst oder Market Profile oder was auch immer für dich funktioniert, was für dich logisch ist, es muss logisch sein. Du musst für dich dir selber den Beweis erarbeitet haben, dass das konsequent logisch ist, mit welchem Ansatz du den Markt angreifst jeden Tag und nochmal, du hast das mit Vollprofis da zu tun. Vollprofis. Wir leben davon. Wir leben von den 90%, 98% der Tradern, die Geld verlieren, weil Währungshandel ist ein Nullsummenspiel. Was du verlierst, gewinne ich und es geht darum, dich so auszubilden, dass du zu den Gewinnern hörst und es sind nur ein bis zwei Prozent, die langfristig Geld verdienen. Ein bis zwei Prozent und deswegen ist das Einkommen eben auch in Theorie nach oben hin nicht gecappt, weil es nur sehr wenig Menschen auf der Welt gibt, die aus Geld mehr Geld machen können, aber es ist erlernbar. So und jetzt halte ich den Mund. JJJ, das war schon richtig. Wie gesagt, ich bin gespannt und freue mich drauf, was wir hier eigentlich noch alles gemeinsam da entwerfen können. Also wie gesagt, vollkommen richtig ausgedrückt, es gibt viele Methoden am Ende, das mit dem Münzwurf, da gibt es auch das Flipcoin-Konzept. Also da gab es direkt einen Trader, der hat den Bund Future ein Jahr lang nach Münzwurf gehandelt. Der hat am Ende des Jahres 80 Prozent Rendite gehabt. Der hat jeden Morgen einfach nur Long oder Short getradet und hat seine Rendite dadurch erzielt, dass er im Prinzip Trendfolge den Trade lange ausgereizt hat, wenn er für ihn lief. Ansonsten hat der Stopp gegriffen und er hat immer versucht, mindestens 2 zu 1 zu verdienen oder auch mehr, wenn das Momentum es hergegeben hat. Und Flipcoin ist ein guter Beispiel. Du kannst mit dem richtigen Money Risk Management das selbst bei Münzwurf Trading tatsächlich hier einen Vorteil erzielen. Und wenn du das natürlich noch kombinierst mit gewissen Setups oder Indikatoren oder Fuzi-Logik, wie der Jay schon sagt, da ist es wichtig, dass ihr was findet, was zu euch passt, was einfach für euch auch umsetzbar ist. Es gibt Leute, die wollen hier unbedingt scalpen, also das heißt, in einen Minuten Chart, fünf Minuten Chart hier rum traden. Dabei entspricht das gar nicht ihrer Psyche. Das ist eine völlige Überforderung. Obwohl sie es gerne würden, können sie es einfach nicht. Und da muss man auch seinen Weg finden, was passt persönlich zu mir. Bin ich eher der Ruhigere oder wie auch immer. Das sind viele, viele Fragen, die Jay auf jeden Fall in seinem Seminar auch aufgreift. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf die jetzt hier startende Zusammenarbeit mit Jay und wir werden mal sehen, was wir darauf noch ausbauen können. Ansonsten, ein paar haben sich schon hier auf die Mittagspause oder zur Mittagspause verabschiedet. Der Raum ist immer noch reichlich gefüllt. Wir wollen aber trotzdem an dieser Stelle jetzt nach mittlerweile drei Stunden hier ein Stück weit die Bremse mal anziehen. Wir müssen nun wieder ein bisschen Energie laden, Zucker oder sonst was zu uns nehmen. Deswegen, heute Nachmittag 14.15 Uhr geht weiter und ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Wir werden das auf jeden Fall darstellen auf unserer JFD-YouTube-Seite, wo ihr auch, ich zeige es euch mal, das Webinar dann finden werdet beziehungsweise wir haben hier ohnehin jeden Tag reichlich Action. Unser Morning-Meeting mit Jens Klatt, der ist ja live in Englisch gerade macht. Ups, jetzt kam es schon. Hier haben wir es nochmal in Deutsch, dann haben wir DAX Long Short Einschätzung, mein JFD-Devisenradar, habt ihr jeden Tag. Wir werden mal sehen, ob wir Js Espresso hier irgendwo auch unterbringen können, beziehungsweise ihr habt ja die Seite von J, wo ihr das auch über den Blog sozusagen abrufen könnt und auch auf den Channel von J landet. Jetzt muss ich mal sehen, jetzt ist glaube ich der Bildschirm weg. Ich glaube, ich habe ihn zurückgegeben. Ich glaube, du hast nämlich gerade alles Mögliche gezeigt, aber die haben noch meinen Screen gesehen. Ach, what the fuck. Dann ist es natürlich mein Fehler gewesen, aber im Grunde genommen hier unser YouTube-Channel All Easy. Danke, J für den Bildschirm. Ansonsten, ihr habt ja gehört, was ich gesagt habe und hier J sein Blog. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal eine schöne Mahlzeit wünschen, in dem Fall. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das Feedback ist bislang positiv, was wir bekommen haben. Das freut mich, dass wir euch da einen Mehrwert vermitteln konnten. Ich freue mich vor allen Dingen darauf, wie wir hier, sage ich mal, die Opportunitäten am Nachmittag einschätzen können, wie Jay sehr so gern und fröhlich immer zu sagen weiß. Da wollen wir doch mal sehen, was sich da bietet. Und wie gesagt, 13.45 wird nicht viel von der EZB erwartet. Die Pressekonferenz, wenn Draghi spricht, können wir auch einen Livestream dann gerne mal zeigen, wie er denn da vor Frankfurt tritt. Können wir da sicherlich dann auch mal auswerten und diskutieren. sowohl mittelfristig als auch langfristig. Aber ich denke, wir haben noch einige Skills hier von Jay zu erwarten am Nachmittag. Deswegen, rein statistisch kann ich sagen, am Nachmittag haben wir immer weniger Teilnehmer als am Vormittag. Ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder sind sie alle wie Jay bei schönem Wetter draußen am Sporteln oder liegen am See oder haben ihr Geld schon verdient und kein Bock mehr auf Webinare. Tatsache, bin ich mal gespannt, ob wir heute Nachmittag nochmal die Bude sprengen, so wie heute Vormittag. Inhalte wird sicherlich weitere, viele Tolle geben. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Dabeisein. Jay, wenn du nochmal kurz ein Statement hast, du hast vorhin gesagt das letzte Wort, aber ich gebe dir trotzdem nochmal ein Wort und dann sage ich mal auch schon dann definitiv gutes Essen, sozusagen. Also, ich möchte mich einmal bei dir bedanken, Chris. Das ist schicksalhaftes Zusammenkommen gewesen und macht einfach unheimlich viel Spaß und ich möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken, vor allen Dingen aber auch bei meinen Tradern, die heute auch dabei waren. Ich habe eben gesehen, Herr Volker war sogar auch hier. Es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß, dieses Wissen teilen zu dürfen. Ich bin eben leider kein Krankenpfleger oder Arzt oder Grundschullehrer oder irgendeinem von diesen Berufen, wo ich helfen kann. Ich habe nur sauviel Geld als Trader verdient und als Investmentbanker und nach der Midlife-Crisis, die ich Gott sei Dank schon hinter mir habe, kam eben der Wunsch hoch, ich stehe gerne vor Menschen, ich erzähle gerne, ich wollte früher Schauspieler werden und deshalb sind meine Seminare extrem edutaining, also es ist Ausbildung, aber auch mächtig viel Spaß, ganz kleiner Kreis und was mir einfach super viel Freude macht, ist mit euch zusammenzuarbeiten und ich finde diese Webinare auf der einen Seite schwierig, weil ich eben das Feedback nicht sehe, eure Augen nicht, eure Körpersprache, dich nicht, Chris und auf der anderen Seite total spitze, wenn ihr was in den Chat schreibt, weil dann gibt das Chris und mir ein bisschen Feedback und wir wissen, in welche Richtung wir das gehen können und das wollte ich einfach als Mensch mich nochmal bedanken, dass ihr hier 2-3 Stunden dabei wart, ich selber habe auch viele Webinare mitgemacht und einige waren absolutely fucking waste of my time, weil sie nichts und gar nichts erzählt haben, was mich auch nur einen Millimeter weitergebracht hat und ich hoffe, dass die eine oder andere Anregung für euch dabei war, was ihr umsetzen könnt, Mike fragt eben, machen wir auch einen Trade? Trade, sorry Mike, richtig, Chris hätte seinen Trade live zeigen können, ich weiß, jeder ist immer ganz heiß auf Live Trading, machen wir in meinem Seminar montags dann auch, der Prozess ist sogar noch wichtiger, weil diese Trades, also ein Bankenhändler setzt ein, zwei Trades, vielleicht drei in der Woche ab und das ist schon viel, in der Woche, richtig, es gibt keinen da, der scalpt, das macht man nicht, wir müssen massiv Geld verdienen und wir müssen Geld verdienen, Punkt und Trading heißt nicht, das ist so ein bisschen wie Jagen, ich bin Jäger, da machst du 80% des Jahres alles mögliche im Revier, aber Jagen gehen ist dann auch so, du gehst 20 mal irgendwie raus und ein oder zweimal hast du was vor und so ist es beim Trading auch, beim Trading musst du auf das richtige Marktumfeld, auf den richtigen Moment, wie ein Scharfschütze, wie ein Sniper und dann drückst du ab, wenn die mathematische Wahrscheinlichkeit für dich so ist, dass du eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hast, dass das Geld, was du einsetzt, auch vermehrt zurückkommt. Aber wir gucken, vielleicht haben wir heute Abend irgendwas, was der Markt heute Nachmittag nicht erwartet, dann gibt es einen Fast Market, dann nutzen wir eine Scalpt-Technik, um in den Markt reinzukommen, dann können wir vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen. Okay? Jetzt ist aber echt genug. Genau, jetzt müssen wir es gleich beenden, dann haben wir auch wirklich jetzt in zwei Minuten die drei Stunden auch voll gemacht, Jad, das hatte ich noch nicht, ich hatte schon zweieinhalb Stunden, aber drei noch nicht, aber es ist mir eine Ehre, mit dir die Premiere sozusagen zu feiern. Und ich sage ja auch immer, das ist auch ja, sage ich mal, die Wortdisziplin oder die innere Stärke eines Wortes, Zufall oder Schicksal gibt es ja fast nicht, sondern wir ernten das, was wir sehen, also aussähen. Und wie gesagt, Jay und ich, wir haben uns getroffen, das ist mehr oder weniger eine Fügung, aber ich denke mal, es ist so gekommen, weil es so kommen musste und ihr seid jetzt auch hier in dem Webinar, weil es so kommen musste. Deswegen hoffe ich, dass ihr die Skills wirklich aufsaugt und zu unterscheiden wisst, was jetzt hier so vermittelt wurde und das Trading eben doch ein hartes Business ist mit einer hohen Verliererquote an Teilnehmern, weil sie sich einfach nicht diszipliniert dahinter hängen. Übrigens, Jay, war ich auch bei der Army, allerdings Luftwaffe und nicht im Platoon Battle sozusagen, aber dennoch muss ich sagen, das hilft durchaus, wenn man gelernt hat, und der Luftwaffe passt schon, Christoph. Durchaus, mein Freund, durchaus, ich weiß, wie ihr Harris-Krieger dazu steht, aber ohne Luftunterstützung in Sachen Hubschrauber wird es manchmal auch schwierig, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist es so, dass es definitiv hilft, wenn man hier irgendwo ein paar Skills auch schon früher aufgesogen hat, ich habe auch einen guten Freund, der war Profisportler, der weiß einfach, wenn man sich disziplinieren muss und der ist auch ein perfekter Trader, weil er im Prinzip auch seine Synapsen im Hören so gebildet hat, dass es einfach diszipliniert und stringent ablaufen muss, ohne nach rechts und links zu schauen und das braucht man im Prinzip ja auch beim Trading und das kann man nur lernen mit Ausdauer und Disziplin und da wollen wir uns heute oder heute Nachmittag nochmal dem nächsten Step widmen und insofern, jetzt haben wir die drei Stunden voll, ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Mittagstelle. Bernd fragt gerade anderer Link, nee, selber Link. Selber Link, genau Bernd, also gleicher Link wie heute Vormittag 14.15 Uhr online gehen und dann dürft ihr dem Jay wieder bei seinen Aufrunden Ausführungen frönen. Ich sage auf jeden Fall Mahlzeit jetzt und bis später, meine Lieben. Auf bald. Jay, danke auch dir. Bis nachher. Chris, viel Spaß beim Zahnarzt. Bis gleich, mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao, ciao.